Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 194 vom 11. Juni 2020 und aus dem Lage-Studio grüßen euch wie in jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich und mir gegenüber Philipp Banzer, Journalist, ganz herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Zusammenfassung der politischen Ereignisse in Deutschland und der Welt, so sie uns denn interessieren und wir sie für relevant halten. Wie immer am Anfang kurz vorweg unser Dank wirklich für die Abos, die ihr abschließt, unterlagedernation.org-plus hilft uns gerade wahnsinnig, wiederholen wir uns, aber es ist einfach wichtig und es ist einfach unglaublich toll, dass das so funktioniert. Danke, danke, danke. Ja und dass wir hier einfach sitzen können und erzählen können, was wir wollen, also das ist einfach ein unfassbarer Luxus, dass wir so eine Sendung mit eurer Unterstützung hier hochziehen können. Also nicht was wir wollen, aber was wir für richtig halten, wir quatschen ja nicht rum. Wir bemühen uns ja, wie heißt das immer so schön, nach bestem Wissen und Gewissen die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Ja, in diesem Sinne starten wir gleich hinein in unser Pad. Das Pad übrigens, das ist so, die Leute, die schon länger Lage hören, kennen dieses Schlagwort und das ist quasi so die, das ist heute technisch gesehen ein Google-Doc und das ist quasi so die Stichwortliste für die Sendung. Wir schreiben uns so in groben Stichworten auf, worüber wir sprechen wollen. Da gibt es dann bestimmte Überschriften, die kommen hinterher auch normalerweise in die Shownotes. Aber ganz interessant, wir schreiben keine Sätze auf und normalerweise auch nicht, wer was sagt. Und genau deswegen, das Pad ist so die Stichwortsammlung, so eine grobe Gliederung für diese Folge. Und die erste große Überschrift lautet hier Diskussion über Rassismus, Philipp. Ja, der Herr George Floyd ist in den USA beigesetzt worden unter großer Anteilnahme. Die Demonstrationen und Proteste in den USA gehen weiter und nehmen auch neue Facetten und Diskussionsformen an. Also da gibt es jetzt auch so eine Debatte über, wem stellt man eigentlich eine Statue hin, wonach benennt man eigentlich Militärstützpunkte, können das Generäle sein, die aus dem Bürgerkrieg die Sklaverei verteidigt haben und so. Also diese Diskussion ist da voll in Brand, aber wir haben auch in Deutschland. Und auch in Großbritannien zum Beispiel, das ist das Interessante, ist ja eine weltweite Diskussion. In Großbritannien zum Beispiel wurde vor einigen Tagen die Statue eines Sklavenhändlers von ihrem Sockel gestürzt, durch die Straßen gekullert und im Hafenbecken versenkt. Einfach deswegen, weil diesem Menschen wurde eine Statue errichtet, weil er mit der Kohle, die er mit Sklavenhandel verdient hat, irgendwie so ein paar wohltätige Leistungen verbracht hat. Aber im Kern ist es eben ein Mensch, der mit der systematischen Entrechtung und Folterung, anders kann man es ja gar nicht nennen, von anderen Menschen reich geworden ist. Dem wurde eben ein Denkmal gesetzt und das fanden die Menschen, ich glaube in Bristol war es in England, und das fanden die Menschen nicht mehr angemessen und haben konsequenterweise diese Statue umgestürzt. Klar, kann man natürlich formal sagen, das sei eine Sachbeschädigung, aber auf der anderen Seite denke ich, kann ich diese Menschen verstehen, die das getan haben, weil es halt einfach ein Symbol ist aus einer ganz vergangenen Zeit, das denke ich in der Tat nicht mehr ans 21. Jahrhundert passt. Und diese Bewegung für mehr Gerechtigkeit, weniger Rassismus, eine bessere Welt, letztlich bessere egalitäre Beziehung zwischen Menschen und dem Staat, die hat weltweit Menschen ergriffen und auf die Straße gebracht in Deutschland. Diese Zahlen sind immer so ein bisschen schwierig, aber größenordnungsmäßig, glaube ich, kann man sagen, so ungefähr 100.000 Leute, ungefähr plus minus 50.000. Allein in Berlin immer Motto Black Lives Matter. Also auch schwarze Leben spielen eine Rolle. Die Menschen sind gegen Rassismus auf die Straßen gegangen in den USA, aber eben auch in Deutschland. Ganz genau, eben auch in Deutschland, denn auch in Deutschland haben wir natürlich ein großes Problem mit institutionellem Rassismus, mit in der Gesellschaft tief verwurzeltem Rassismus. Dazu kommen wir gleich nochmal ganz ausführlich vor die Klammer ziehen, möchten wir aber natürlich einen Aspekt dieser Demos, den wir in Times of Corona auch nicht völlig aus dem Blick verlieren können. Philipp, sind denn eigentlich Massenveranstaltungen nicht irgendwie auch das falsche Signal? Ja, also natürlich haben einige versucht, Abstand zu halten, das war aber bei den Masken, glaube ich, nicht möglich. Einige haben es versucht, Masken wurden, glaube ich, auch getragen. Es sah ziemlich gut aus, also auf den Fotos, die ich gesehen habe, hatten nahezu alle Leute Masken auf. Ich glaube, die Maskendisziplin war ziemlich gut, aber Philipp, du hast es gesagt, dass mit dem Abstand halten, das klappt halt einfach nicht mehr und insbesondere dann nicht, wenn einfach mehr Leute sich versammeln als geplant waren, dann wird es halt einfach immer voller. Auf der anderen Seite muss man natürlich ganz deutlich sehen, nach allem, was man so weiß, ist aus medizinischer Perspektive ein Aufenthalt im Freien bei Wind ohnehin nicht so das ganz große Problem. Weil wenn die Leute konsequent Masken tragen, sodass Tröpfchen zurückgehalten werden und sich einfach durch den Wind keine Aerosole ansammeln können, dann ist die Infektionsgefahr mutmaßlich sehr gering. Kann man jetzt eine andere, als würde das Ganze drin stattfinden? Ja, klar, überhaupt nicht vergleichbar mit einer Veranstaltung in Räumen. Aber klar, trotzdem ist natürlich eine Diskussion darüber entbrannt, ob es nicht auch möglicherweise andere Formen gibt, in Gruppen zu protestieren, die weniger Infektionsgefahr sind. Also Ketten werden sicher, also Menschenketten ist ja geübte Praxis in Deutschland. Ja, Niederknien, Berlinweit, völlig raumgreifend. Also das sind natürlich auch symbolische Bilder. Die älteren Semester erinnern sich vielleicht an die Lichterketten aus den frühen 90er Jahren. In den frühen 90er Jahren hatten wir ja schon mal ein Problem mit massiver rassistischer Gewalt in Deutschland. Als damals zum Beispiel Unterkünfte von Asylbewerbern in Brand gesetzt wurden, als teilweise auch Wohnungen von Menschen mit Migrationshintergrund angezündet wurden. Und da gab es erfreulicherweise eine sehr breite Bewegung, dass Menschen eben Lichterketten organisiert haben. Ich habe damals in meiner Heimatgemeinde auch mal eine mit organisiert. Das bedeutet halt einfach, dass Menschen sich trafen in einer ganz langen Reihe, teilweise sich an den Händen hielten, teilweise nur nebeneinander standen. Aber sie hatten jedenfalls Kerzen dabei. Deswegen Lichterkette. Das gab sehr eindrucksvolle Bilder. Und möglicherweise wäre das ja auch nochmal eine Idee, dass man an diese Formen aus den 90ern anknüpft. Im Zusammenhang mit der Demonstration, mit den Demonstrationen in Berlin gab es Kritik an Polizeiaktionen. Ja genau, also ich glaube, da muss man die etwas allgemeinere Überschrift drüber stellen. Rassismus in Deutschland. Natürlich haben diese Demos eine Solidarität bekundet mit den Protesten in den Vereinigten Staaten. Aber ganz wichtig ist eben auch der Blick ins eigene Land. Wir sollten eben nicht nur mit dem Finger zeigen auf die USA, wo die Situation sicherlich besonders dramatisch ist, sondern eben auch vor der eigenen Haustür kehren und schauen, was läuft denn bei uns falsch. Wo gibt es denn bei uns institutionellen, strukturellen Rassismus? Und wenn man dann sich vor Augen führt, dass das eben auch ein zentrales Thema war, der Demo zum Beispiel in Berlin, dann wundert man sich schon über die Polizeiaktionen, die hier nach Abschluss der eigentlichen Demo stattgefunden haben. Genau, sie wurden, wie das so üblich ist, auf Video dokumentiert. These ist ja, gibt es nicht unbedingt mehr oder weniger seit früher, wird nur mehr gefilmt und ist sichtbarer. So geschehen ist das eben auch in Berlin, wo eben auch Schwarze festgenommen wurden, sehr brutal. So wie das auf dem Video zumindest zu sehen war, die linken Chefin, Landeschefin Katina Schubert, die hat getwittert, ist die Polizei in Berlin von allen guten Geistern verlassen? Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Haben sie nicht mitbekommen, warum Millionen Menschen weltweit auf die Straße gehen gegen Polizei, Gewalt und Rassismus? Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, der wies diese Kritik zurück und sagte, wir bewerten Polizeimaßnahmen grundsätzlich nicht anhand einzelner Videosequenzen, die selten den kompletten Einsatz zeigen. Polizisten sind gesetzlich dazu legitimiert, Gewalt anzuwenden. Und das sieht dann leider in den seltensten Fällen schön aus, sagte er also dem Tagesspiegel. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja, das ist so ein bisschen die Mentalität, also da kommt es auch gleich noch dazu, dass die Polizeigewerkschaften momentan in dieser Rassismus-Diskussion keine gute Figur abgeben. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hingegen hat, denke ich, ein sehr deutliches Zeichen gesendet. Sie hat nämlich den latenten Rassismus in deutschen Sicherheitsbehörden kritisiert. Ja, sie sagt, auch in Deutschland gäbe es, Zitat, latenten Rassismus in Reihen der Sicherheitsbehörden. Die große Mehrheit der Polizeibediensteten stehe solchen Tendenzen aber sehr kritisch gegenüber und leide unter dem, Zitat, potenziellen Vertrauensverlust, der dadurch entsteht. Also mit anderen Worten, Rassismus durch Polizeibedienstete ist natürlich für die Menschen ein Riesenproblem, die unmittelbar davon betroffen sind. Es ist aber vor allem auch für die Polizei selbst ein Riesenproblem, weil sie natürlich an Respekt verliert, weil sie an Anerkennung verliert und weil es dann natürlich irgendwann Gruppen gibt, die aufgrund von rassistischen Erfahrungen möglicherweise tatsächlich in der Polizei nicht mehr den berühmten Freund und Helfer sehen. Jedenfalls sagt Saskia Esken, Rassisten und Rechtsextremisten dürften in der Polizei keinen Platz haben. Und sie fordert daher eine unabhängige Aufarbeitung von übermäßiger Gewaltanwendung und Rassismus bei der deutschen Polizei. Dazu müsse es eine unabhängige Stelle geben und diese müsse mit der Bearbeitung entsprechender Beschwerden über Polizisten betraut werden. So sagte Saskia Esken den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Denn, ja, deswegen ist diese unabhängige Aufarbeitung aus ihrer Sicht so wichtig, es dürfe nicht der Eindruck entstehen, Zitat, der polizeiliche Chorgeist spiele eine größere Rolle als die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern. Also das klingt ein bisschen wie eine Selbstverständlichkeit. Also ich würde auch sagen, no brainer. Also sollte man, der würde doch eigentlich denken, natürlich darf Rassismus in den Kreisen der Polizei keinen Platz haben. Natürlich muss das unabhängig aufgearbeitet werden. Natürlich gibt es diese Fälle. Wie weit kann man sich überschreiten, ob das jetzt ein Massenphänomen ist oder so, aber es gibt diese Fälle. Sie sind und sie sind einfach nicht zu rechtfertigen. Also ganz ehrlich, die Polizei ist Repräsentantin des staatlichen Gewaltmonopols. Mit anderen Worten, das ist die Einrichtung in unserem Staat, die Gewalt gegen Menschen anwenden darf. Also es ist eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit, dass diese Gewalt natürlich zum einen nur unter strikter Wahrung der Verhältnismäßigkeit angewendet werden darf. Also so wenig wie irgendwie möglich. Und zum zweiten natürlich diskriminierungsfrei. Es kann ja nicht sein, dass gegen Schwarze mehr Gewalt angewendet wird als gegen Weiße. Und auch nur in wenigen Prozent der Fällen. Das sind dann eben immer noch ein paar Prozent zu viel. Also eigentlich würde man denken, kein Problem an dieser Stelle, sondern Saskia Esken sagt irgendwie was, was irgendwie common sense sein sollte. Und der Chorgeist ist ja auch was. Ich meine, dieser Chorgeist, das bedeutet, es wird unterstellt, dass Polizisten einfach zusammenhalten. Und dieses, wir schützen einander als Wert in der Hierarchie, in der Werte-Hierarchie höher steht als so manch anderer Wert. Insbesondere als Wahrheit. Hast du das erlebt? Ich meine, du warst ja Richter in Moabit, Strafgericht in Moabit. Das ist irgendwie auf den Gang in Moabit ein offenes Geheimnis. Da habe ich drüber diskutiert. Natürlich wissen alle Richterinnen und Richter, dass sie auch systematisch angelogen werden von Beamtinnen und Beamten. Das ist No-Brainer. Das weiß jeder. Das habe ich auch selber schon mehrfach erlebt. Um quasi Kollegen und Kolleginnen zu schützen. Ja, natürlich. Also die lügen natürlich nicht einfach so. Aber wenn es irgendwie eine heikle Situation gab, wo Aussage gegen Aussage steht, wo es irgendwie in Rede steht, ob ein Beamter mal einen Schlag zu viel ausgeteilt hat, da kannst du dich darauf verlassen. Dass dann im Zweifel entweder die fünf Kollegen alle gerade was anderes gesehen haben, haben alle gerade auf die Uhr oder aufs Handy geguckt. Das ist so der Klassiker. Man sagt nicht direkt, dass der nicht geschlagert. Man sagt, habe ich leider nicht mitbekommen. Oder in harten Fällen sagen die einfach, nö, da war gar nichts. Das habe ich gesehen. Der war ganz friedlich. Und da war es, also das habe ich selber schon erlebt, dass ich offen angelogen worden bin. Und da redet man natürlich einem Kollegen drüber. Und das ist dann eine sehr unangenehme Situation, weil man sich da völlig ausgeliefert fühlt. Und weil man irgendwie auch so das Gefühl hat, nicht wirklich was machen zu können. Also sehr unschön. Insofern, dass es diesen Core-Geist gibt, ist ehrlich gesagt, glaube ich, ein totaler No-Brainer. Ich wundere mich immer wieder, dass in der politischen Diskussion das immer wieder in Zweifel gezogen wird. Das ist aber eh unehrlich. Und ich finde das, wenn ich das so offen sagen darf, auch ein Stück weit verständlich. Ich will das nicht verteidigen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Selbstverständlich müssen Polizeizeugen vor Gericht und Zeuginnen hundertprozentig und immer die Wahrheit sagen. Das ist völlig klar. Aber ich kann den psychologischen Druck verstehen, warum es zu solchen Falschaussagen kommt. Einfach, weil man sonst im Kollegenkreis ein Verräterschwein ist. Also trotz dieser, finde ich, durchaus nachvollziehbaren Forderungen und sinnvollen Forderungen von Saskia Esten gab es dagegen erheblichen Gegenwind. Also Innenminister Horst Seehofer von der CSU hat sich dagegen gewandt, aber auch einige der Innenminister der Länder, unter anderem auch von der SPD, wie zum Beispiel Herr Pistorius aus Niedersachsen, Boris Pistorius. Der hat im Deutschlandfunk so sinngemäß gesagt, es geht zu weit. Die Polizei in Deutschland steht fest auf dem Boden von Recht und Verfassung. Selbst wenn das so ist, würde ich jetzt als Kommentar einschieben. Würde ich sogar unterschreiben. Es ist wahrscheinlich so, trotzdem gibt es unbestreitbar diese Fälle und sie müssen irgendwie aufgeklärt werden. Also ist das kein Gegenargument. Das ist der Witz dabei. Pistorius gibt Gegenargumente, die im Grunde überhaupt nicht Saskia Est widersprechen. Das nächste ist nicht besser. Zitat Pistorius. Sie ist die Polizei hervorragend und umfassend ausgebildet. Die Unterschiede zur Ausbildung und Auswahl der Polizei in den USA sind offensichtlich und machen einen immensen Unterschied. Jeder direkte Vergleich an dieser Stelle läuft ins Leere und ist deplatziert. Hat auch niemand so gemacht und niemand behauptet. Also das ist wieder so ein klassischer Fall einer rhetorischen Figur, die wir in der Lage auch schon öfter dekonstruiert haben. Nämlich das überspezifische Dementi. Niemand hat gesagt, die Polizei in Deutschland ist genauso rassistisch wie die Polizei in den USA. Das wäre absurd und deswegen sagt das natürlich auch Saskia Esken nicht. Sie sagt nur, es gibt strukturellen Rassismus in der Polizei. Auf Deutsch, es gibt einfach zu viel davon und es gibt ihn immer wieder und wir müssen was tun. Also da muss man sagen, gut. Aber Boris Pistorius ist halt auch so ein richtig krasser Law & Order Hardliner, der immer wieder mit richtig, sagen wir mal, mit Forderungen auffällt, die so hart an der Grenze der Verfassung kratzen. Und insofern wundert das jetzt nicht, dass da solche Töne aus Hannover schallen. Das eigentliche Problem dabei ist, dass es natürlich sein Job wäre, in der niedersächsischen Polizei solchen rassistischen Tendenzen entgegenzuwirken. Ich will hoffen, dass es da nur wenige gibt und ich habe, ich weiß nicht, wie dir das geht, Philipp, auch nicht den Eindruck, dass die niedersächsische Polizei jetzt ein besonderes Problem hat. Aber natürlich gibt es auch dort Fälle und ich finde das ein Problem, wenn Boris Pistorius seinen Job nicht macht. Denn auch wenn es nur wenige Fälle sind, was ich ihm wünschen möchte, dann wäre es sein Job, diese Fälle ernst zu nehmen und dagegen strukturell vorzugehen. Sein Argument in dem Interview, das haben wir jetzt nicht nochmal rausgeprogelt, aber das erinnere ich mich dran, war, ja, selbst wenn es eine hohe Dunkelziffer gibt, sinngemäß, ja, und wir davon ausgehen, dass es 2.000, 3.000 Fälle im Jahr gibt in Deutschland, dann hat er trotzdem gesagt, muss man die Kirche im Dorf lassen, sinngemäß. Aber ich würde sagen, was spricht denn dagegen bei 2.000, 3.000 Fällen, solche Anlaufstellen einzurichten? Also ich finde 2.000, 3.000 Fälle, Philipp, das wäre aus meiner Sicht schon aller Anlass. Ja, sein Argument ist bei 90 Millionen oder 85 Millionen Menschen in Deutschland, aber würde ich sagen, also mich hat das nicht überzeugt. Ich finde das nach wie vor eine sinnvolle Sache, um da mehr Transparenz und Kontrolle reinzubringen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Arbeit der Polizei so fundamental einschränkt und behindert, dass die ihren Job nicht mehr machen können. Also das zum Beispiel ist so ein Zusammenhang, den ich noch nie verstanden habe, wieso es eigentlich die Arbeit der Polizei behindern soll, angeblich, wenn konsequent gegen diskriminierende Maßnahmen vorgegangen wird. Die These wäre eher klar, dann steht man natürlich hier und da noch ein bisschen mehr unter Druck. Also das muss man sehen, wenn man sich mit PolizeibeamtInnen unterhält, dann ist, das mache ich ja sehr regelmäßig, dann merkt man schon, dass die subjektiv eher nicht das Gefühl haben, sie haben, wie soll ich sagen, also das ist so Generalisierung immer schwierig. Aber das, was ich da so häufig höre, ist nicht, dass sie das Gefühl haben, sie können jetzt quasi durchregieren, sondern viele haben eher das Gefühl, sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Es gibt so wahnsinnig viele Menschen, die die polizeiliche Autorität nicht akzeptieren und so. Also ich glaube, die psychologische Situation ist bei der Polizei einfach schon eine andere und da gibt es halt dann viele, die sagen, wie und wir haben es doch ohnehin schon so schwer, wir haben ohnehin zu viel zu tun, wir haben zu wenig Leute, wir haben zu viele Überstunden und jetzt sollen wir auch noch gegen Diskriminierung vorgehen. Aber dann würde ich sagen, ja, sorry, ja, das ist halt Teil des Jobs, das hilft alles nichts, wenn wir da diskriminierende Tendenzen sehen, dann müssen wir was tun. Und deswegen bin ich persönlich immer dafür zu sagen, wir müssen die Polizei besser ausstatten, die brauchen mehr Leute, die müssen vielleicht von bürokratischem Unsinn entlastet werden, der wahnsinnig viel Zeit frisst und so, die müssen mal eine vernünftige EDV haben, da gibt es tausend Baustellen. Aber was jedenfalls nicht sein kann, ist, dass man quasi Maßnahmen gegen diskriminierendes Polizeiverhalten quasi auf die lange Bank schiebt, weil man ohnehin schon so viel Stress hat. Insofern, ich weiß nicht, Philipp, wie siehst du das? Ich bin persönlich total dankbar, dass Saskia Esken hier den Finger in die Wunde gelegt hat. Ich meine, sie ist immerhin die Vorsitzende einer der Regierungsparteien in Deutschland auf Bundesebene und ich finde es total wertvoll, dass sie mal klare Kante zeigen an der Stelle. Ja, finde ich auch. Ein Punkt noch zum Stichwort Saskia Esken, das ist mir schon wichtig zu sagen, man sieht auch an der Stelle mal wieder, wie gut es ist, dass sie eben keine Frau des SPD-Establishments ist. Die ganzen SPD-Granden, die jetzt eben in Innenministerrängen sitzen, haben irgendwie eher, wie soll ich sagen? Beißhemmung. Beißhemmung, ja, oder machen ihren Job nicht, ja. Ich meine mal ganz ehrlich, das ist ein Teil der Jobdescription des Innenministers, das ist nicht nur irgendwie Polizeiautos einzuweihen und zu taufen, sondern das ist eben auch der Job, Antirassismus-Kampagnen zu starten und konsequent vorzugehen. Und das ist eben das Gute, Saskia Esken ist durch die Basis gewählt, sie ist eben kein Apparatschick und deswegen kann sie auch mal sagen, was Sache ist, auch wenn es den Innenminister nicht in den Kram passt. Übrigens machen auch die Jusos Druck, ja, auch eine weitere SPD-Basisorganisation, aber es gibt eben im SPD-Establishment zu viele Leute, die lieber die Augen zumachen und wenn ein Innenminister so ein offensichtliches Problem bei der Polizei leugnet, ja, dann wird er zum Teil des Problems. Insofern, ich bin Saskia Esken persönlich da sehr dankbar. Die Berliner Landesregierung hat mal wieder, ich glaube, es ist ein Versuch, den es so in Deutschland noch nicht gegeben hat, kann es sein? Ein Antidiskriminierungsgesetz, Pilotprojekt. Pilotprojekt, also es ist seit vielen Jahren, vielen, vielen Jahren in der Diskussion gewesen und am letzten Donnerstag, 4. Juni wurde das dann beschlossen, das Berliner Antidiskriminierungsgesetz. Die Ziele sind relativ klar und nachvollziehbar, tatsächliche Herstellung und Durchsetzung von Chancengleichheit, die Verhinderung und Beseitigung jeder Form von Diskriminierung, Förderung einer Kultur, der Wertschätzung von Vielfalt. So, das klingt ja erstmal so als Ziel, glaube ich, gut und da gibt es wahrscheinlich wenig, die da sagen, dieses Ziel teilen wir nicht. Das wollen wir jedenfalls hoffen, denn das sind ja immerhin Werte, die unser Grundgesetz auch vorgibt in Artikel 3. Also da würde ich mal hoffen, dass alle Menschen, die von sich sagen, dass hier fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, auch diese Ziele teilen würden. Aber natürlich steckt der Teufel wie so häufig im Detail, wenn man sich nämlich anschaut, was das Gesetz konkret regelt, dann geht es da teilweise doch schon ans Eingemachte und dementsprechend gibt es auch Kritik. Also Kernpunkte, wer von Behörden diskriminiert wird im Lande Berlin, der kann in Zukunft Schadenersatz verlangen und zwar Schadenersatz sowohl für wirtschaftliche Nachteile als auch für den Schaden, wie es so schön heißt, der kein materieller Schaden ist, sondern also mit auf Deutsch, es gibt auch Schmerzensgeld. Das heißt also persönliches Leiden durch Diskriminierung ist grundsätzlich auch Schadenersatzpflichtig. Das ist der erste Punkt, Schadenersatz. Der zweite Punkt ist, und das ist vielleicht auch so ein Knackpunkt, an dem sich viel Kritik entzündet hat, die sogenannte Vermutungsregelung in § 7 des Gesetzes. Da steht, werden Tatsachen glaubhaft gemacht, die das Vorliegen eines Verstoßes überwiegend wahrscheinlich machen, ob liegt es der öffentlichen Stelle, den Verstoß zu widerlegen. Ja, du musst Tatsachen glaubhaft machen, das heißt ja noch nicht, du musst sie beweisen, sondern du musst sie glaubhaft machen. Genau, du musst sie glaubhaft machen, mit anderen Worten, du musst darlegen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es sich so verhält und das bedeutet in der Praxis, du musst halt zeigen, dass du anders behandelt worden bist als andere Menschen und dann spricht eben, wenn es sonst keinen Grund dafür gibt, viele dafür, dass es, wenn du zum Beispiel ein schwarzer Mensch bist, dass es dann aufgrund deiner Hautfarbe passiert ist. Also bei Kontrollen zum Beispiel, Polizei geht durch den Zug, kontrolliert niemanden, außer die schwarze Person, die da sitzt, oder People of Color. Ja, ganz genau. Oder zum Beispiel, ich sprach gestern mit einer Freundin von mir und die besitzt ein relativ altes Auto. Ja, und wenn sie irgendwie weiße, blonde Frau durch Berlin fährt mit diesem Auto, nie Trouble. Wenn aber zum Beispiel ein Mensch, der eben erkennbar nicht weiß ist, mit demselben Auto durch Berlin fährt, wird er ständig rausgewunken und muss pusten, Drogen, Schnelltest, tralala. So, aber noch Fragen. Und solche Fälle, solche Menschen können dann hingehen jetzt, ab jetzt, sofort schon. Nach dem Krafttreten des Gesetzes. Nach dem Krafttreten des Gesetzes und sagen hier, ich mache glaubhaft, so und so war der Umstand, ich bin diskriminiert worden aufgrund meiner Hautfarbe zum Beispiel. Und dann? Ja, und dann muss die Behörde diesen Verstoß widerlegen. Wobei Verstoß eben bedeutet, eine Ungleichbehandlung, für die es keinen sachlichen Grund gibt. Was im Grunde nur bedeutet, die Behörde muss dann deutlich machen, was der sachliche Grund war. Und genau das ist es doch, was wir wollen im Antidiskriminierungsrecht, dass Ungleichbehandlungen natürlich weiter möglich sind, aber eben nicht, weil jemand irgendeine Hautfarbe hat oder irgendwie die Haare so oder so trägt oder auch zum Beispiel eine bestimmte sexuelle Orientierung hat. Es geht ja nicht nur um Hautfarbe, es geht ja um alle möglichen Diskriminierungen. Also, dass es also darauf nicht beruhte, sondern dass es einen sachlichen Grund dafür gab, für diese Ungleichbehandlung. Mit anderen Worten, nicht Ungleichbehandlungen als solche werden verboten oder schadensatzpflichtig, verboten sind sie in aller Regel ja heute schon, sondern sie werden nur rechtfertigungspflichtig. Und genau das ist es doch, was wir wollen, dass öffentliche Stellen eben nicht mehr rummachen und rumdiskriminieren, sondern dass sie deutlich machen, warum sie in bestimmten Situationen möglicherweise differenzieren müssen. Dafür mag es ja gute Gründe geben. Und dann gibt es auch die Möglichkeit einer Verbandsklage, das heißt, die Opfer müssen nicht unbedingt selber klagen, sondern Verbände können das auch für sie tun. Voraussetzung ist, ein strukturelles Problem, das nicht nur Einzelfälle betrifft. Ja, genau, darum geht es. Das heißt also, Verbände, Vereine zum Beispiel, können sich anerkennen lassen bei der zuständigen Behörde in Berlin und können dann auf strukturelle Probleme hinweisen, was, glaube ich, eine sehr sinnvolle Sache ist. Und dass dann eben nicht einzelne Betroffene immer sagen müssen, hier ist mir ein Schaden entstanden, 50 Euro bitte, sondern dass Verbände darauf dringen können, dass strukturelle Benachteiligungen verändert werden können. Disclaimer an der Stelle, also die Gesellschaft für Freiheitsrechte, deren Vorsitzender ich ja bin, wird eine solche Anerkennung beantragen. Also mit anderen Worten, dass das Gesetz das vorsieht, das könnte mittelbar auch dazu führen, dass die GfF davon profitiert. Es soll auch eine Ombudsstelle, wie das immer so heißt, eingerichtet werden, also eine Anlaufstelle, wo sich Betroffene hinwenden können, um Konflikte zu lösen, zu informieren, zu beraten. Also so ein Epizentrum, an das man sich wenden kann. Justizsenator Dirk Berendt, man muss dazu sagen, dein Chef. Steht auch als Disclaimer hier drin im Bett. Genau, also du bist ja beim Senat für Justiz in Berlin angestellt, deswegen ist Justizsenator Dirk Berendt dein Chef. Der sagte, wenn beispielsweise drei weiße Männer eine Gaststättenerlaubnis beantragen und sie bekommen, ein schwarzer Mann aber nicht, muss man genauer hingucken, woran das liegt. Im Falle der Diskriminierung stünde dem Opfer dann also eine Entschädigung des Landes Berlin zu. So soll das also funktionieren. CDU, das ist jetzt, sonst kommen wir so ein bisschen zur Kritik. CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger, der hält das Gesetz für überflüssig. Genau, Zitat. Jeder, der sich diskriminiert fühlt, kann das vor Gericht geltend machen. Und zwar ein weiteres Zitat. Es gibt keine belastbaren Erkenntnisse, dass Landesbedienstete regelmäßig diskriminieren. Sie stellen unsere Landesbediensteten unter Generalverdacht. Und ganz Deutschland schüttelt ein weiteres Mal den Kopf. Es ist zum Fremdschämen, so meint Herr Dregger. Und der baden-württembergische CDU-Innenpolitiker Thomas Blenke meint, Zitat, Deutschland ist nicht USA, wir haben hier kein Rassismusproblem in der Polizei. Und CDU-Innenpolitiker droht mit Boykott von Berlin. Wer ist das eigentlich? Das kam aus mehreren Ländern. Kam aus mehreren Ländern, zum Beispiel aus Bayern. So nach dem Motto, es gibt immer mal wieder Amtshilfe für Berlin und andere Länder. Das ist sozusagen normal, wenn hier große Demos sind und so, dann schicken die anderen Länder mal ihre Polizeien oder einige Vertreter, Vertreterinnen hierher. Und so die Drohung, das müssen wir ja nicht machen. Wir kommen einfach nicht mehr. Wir kommen einfach nicht mehr, wenn wir uns hier unter Umständen Vorwürfen ausgesetzt sehen und Leute sich auf dieses Antidiskriminierungsgesetz berufen, weil ihnen unsere Handlungen vielleicht nicht passen. Genau, und da müssen wir natürlich mal ein bisschen genauer hingucken. Diese Kritik wird auch aus Polizeigewerkschaften geäußert. Und da geht es im Wesentlichen um zwei Punkte. Der erste Punkt ist das, was die Polizeigewerkschaften eine Beweislastumkehr nennen. Ja, dass also mit einmal die Polizei ihre Unschuld beweisen muss. Das stimmt natürlich so nicht. Wir haben es eben schon kurz gesagt, es ist nur eine Beweiserleichterung. Zunächst mal muss die von einer Diskriminierung betroffene Person selber starke Argumente dafür anführen, dass es überhaupt um eine Diskriminierung geht. Ja, das heißt also, das ist das Erste, dass die betroffene Person glaubhaft machen muss, dass es hier um eine Diskriminierung geht. Und der Hintergrund davon ist, dass Betroffene ja eine Diskriminierung, also eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung fast nie beweisen können, weil sie die Gründe für das Handeln der Behörde ja normalerweise nicht kennen. Das sind alles Dinge, wie man in der Sprache der Juristerei so schön sagt, die in der Sphäre der Behörde spielen. Mit anderen Worten, du kannst immer nur das glaubhaft machen, du kannst immer nur das irgendwie belegen, was du selber sehen kannst. Das ist die Ungleichbehandlung. Aber ob dem eine Rechtfertigung zugrunde liegt, also ein sachlicher Grund, das weißt du nicht. Und deswegen gibt es diese Beweiserleichterungen, wie gesagt, keine Beweislastumkehr, so eine Beweiserleichterung an ganz vielen Stellen. Also zum Beispiel gibt es das auch in bestimmten Bereichen bei ärztlichen Kunstfehlern. Ja, wenn du als Patient verletzt wirst, da bin ich jetzt nicht in den Details drin rechtlich, das ist sehr komplex. Aber so grob gesprochen ist es so, wenn du bei einer ärztlichen Behandlung eine Verletzung erleidest, einen Kunstfehler, wie das so schön heißt, dann gibt es da auch bestimmte Beweiserleichterungen. Du musst also nicht von vorne bis hinten alles beweisen, sondern teilweise muss sich der Arzt auch rechtfertigen und deutlich machen, dass er zum Beispiel, wie das so schön heißt, lege artis, also nach den Regeln der ärztlichen Kunst gearbeitet hat. Wie gesagt, Details sind sehr komplex, aber jedenfalls im Kern macht das schon Sinn und das macht man juristisch immer dann, wenn quasi derjenige, der den Fehler gemacht hat, sehr leicht die Möglichkeit hat zu sagen, warum es kein Fehler war, während die Person, die von dem Fehler betroffen ist, typischerweise keine Möglichkeit hat, die Hintergründe zu beweisen. Insofern denke ich, ist es total sachgerecht, wenn die Betroffenen erstmal nur glaubhaft machen müssen, dass es hier um eine Diskriminierung geht, also gute Gründe, die das überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen und die Behörde hat es dann in der Hand, Gründe für diese Ungleichbehandlung darzulegen, sodass es dann unterm Strich keine Diskriminierung war. Denn der Punkt ist ja, wenn es gute Gründe gibt. Ist das easy? Ist das total easy. Dann ist das für die Behörde auch kein Problem zu sagen, wir haben das aus diesem und jenem Grunde gemacht. Probleme macht diese Beweispflicht, wenn es keine Gründe gibt und wenn eine Diskriminierung vorliegt. Und das wollen wir, genau das wollen wir ja. Die zweite Kritikpunkt von der Polizeigewerkschaft ist Haftungsrisiken. Die Gewerkschaft verbreiten die Befürchtungen, schüren die Angst nach dem, wie man das so framen will, dass Polizisten zahlen müssen. Also die Beamtinnen und Beamten selber. Stimmt das? Nö, das stimmt halt einfach gar nicht, denn im Gesetz steht ausdrücklich, die Haftung trifft die Behörde. Steht ausdrücklich in Paragraph 8 Absatz 1 mit anderen Worten, man kann es nicht anders sagen, die Polizeigewerkschaften verbreiten an der Stelle Fake News. Ja, das ist also wirklich, also eine Freundin von mir, die im Bereich Antidiskriminierungsrecht arbeitet, formulierte, das ist Trumpism, was die machen. Also die verhalten sich wie Donald Trump, die stellen einfach falsche Behauptungen in den Raum und das führt natürlich dazu, dass wiederum völlig verständlich Beamtinnen und Beamte Angst haben, dass sie jetzt irgendwie von ihrem ohnehin knappen Salär auch noch irgendwie dann 1000 Euro abdrücken müssen, weil sie angeblich irgendwie diskriminiert haben. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern diese Kosten tragen, wenn es denn wirklich mal zu einer Verurteilung kommen sollte, jeweils die Behörden, für die die Beamten tätig waren und das gilt auch für Beamtinnen und Beamte aus anderen Ländern. Also mit anderen Worten, wenn jetzt mal bei einem Demo-Einsatz, keine Ahnung, Stuttgarter hier aufschlagen. Oder Stuttgarter oder Kölner Beamte irgendwie über die Stränge schlagen und es tatsächlich zu einer Verurteilung kommt, dann zahlt das Land Berlin für die Dienstkräfte aus anderen Ländern. Aber muss es denn immer zu einer Klage kommen? Also ist das Verfahren so, ich werde jetzt, also meinetwegen, was weiß ich, irgendjemand fühlt sich diskriminiert zum Beispiel durch so einen Polizeieinsatz auf einer Demo. Geht irgendwie zum Ombudsmann oder muss er direkt Klage einreichen oder wie läuft das? Nö, du kannst, also das ist ja wie immer, das sind halt zivilrechtliche Ansprüche. Du stehst halt einen Brief, verlangst Zahlung und wenn dann die Leute nicht freiwillig zahlen, dann musst du tatsächlich zu Gericht gehen. Zuständig sind in diesem Fall die sogenannten ordentlichen Gerichte, also Amtsgerichte und Landgerichte. Dass die Behörde zahlen muss nicht die Einzelnen, mach jetzt das für sinnvoll? Da gibt es ja auch, finde ich, ganz gute Gründe dafür, oder? Ja, das macht ja auch Sinn, also dass jetzt nicht die einzelnen Beamten dafür zahlen, denn typischerweise hat es ja auch die Behörde in der Hand, gegen solche Diskriminierungen vorzugehen und die Beamten sind ja auch weisungsgebunden und so, also wenn man das nämlich mal überlegt, dass die Beamten und Beamtinnen persönlich haften würden, ja von dem schmalen Beamtengehalt dann auch noch irgendwie, also ich finde das auch total sinnvoll, wie du sagst Philipp, die Behörde hat das doch in der Hand, gegen Diskriminierungen vorzugehen. Die Behörde kann sensibilisieren, die kann Schulungen veranstalten, die kann Dienstanweisungen so schreiben, dass eben die Praxis auch antidiskriminierend ist, insofern denke ich, dass es total sinnvoll ist. Und es ist ja auch ein strukturelles Problem, das ist ja sozusagen auch die Behörde, die einen Anreiz dafür haben muss, um ein Klima zu schaffen, in dem das eben nicht passiert. Durchschulung, Aufklärung und so weiter, Dienstanweisung und es ist ja auch nicht damit geholfen, wenn einzelne Polizisten, Polizistinnen in dem Fall, es gibt ja auch noch andere öffentliche Angestellte, die diskriminieren können, aber in dem Fall nennen wir es jetzt mal Polizistin, wenn sozusagen die Behörde mal sagen könnte, ja soll die halt zahlen. Genau, das ist nicht unser Problem. Es ist veröffentlicht nicht so schön, dass es aussieht, aber so hat die Behörde einen viel größeren Anlass, strukturell was zu ändern. Genau, damit nämlich nicht am Ende einzelne BeamtInnen so quasi zwischen Baum und Borke sitzen. Eine Behörde, die Druck macht, ihr müsst hart durchgreifen und einzelne BeamtInnen, die dann unter Umständen zahlen müssen. Es gab jede Menge Feedback auf die letzte Sendung und speziell auf unsere Diskussion über Rassismus und hier als Untergruppe unsere Nennung des N-Worts. Ganz genau, das war wirklich so ein Zentrum der Kritik. Dazu hatten wir ja eine Zuschrift eines Lesers zitiert im O-Ton, der dieses berühmte N-Wort verwendet hat. Dazu müssen wir zunächst mal sagen, welches N-Wort ist gemeint. Wir sprechen es jetzt nicht noch mal aus, sondern es gibt ja keine zwei Bedeutungen für dieses N-Wort. Eine schlechte, eine üble Abwertung von Menschen nicht weißer Hautfarbe. So wollen wir es mal umschreiben. Unsere Intention war es, diese Zuschrift des Hörers nicht zu zensieren, denn dieser Hörer sagte, er ist selber Opfer dieses Wortes geworden, er ist Opfer von Diskriminierung geworden. Er hat dieses Wort bewusst verwendet. Wir wollten diesem Hörer nicht den Mund verbieten. Da sagen jetzt aber andere, das ist ja Quatsch. Man muss sogar in den Zuschriften quasi redaktionell reinregieren, denn so die Kritik von einigen Leuten bei uns in den Kommentaren, das N-Wort muss aus dem Sprachgebrauch komplett verbannt werden. Ich habe auch überlegt, was hätte man machen können. Ich finde, es ist so, es gibt dann ja diese Diskussion über historische Bücher, in denen dieses Wort völlig kritiklos verwendet wird. Soll man das rausstreichen? Meine Oma noch hat das völlig kritiklos verwendet und meinte das nicht in dem Sinne kritisch. Hier ist es jetzt aber eine Zuschrift aus der Jetzt-Zeit von einem betroffenen Menschen gewesen. Und meine Antwort fürs nächste Mal, glaube ich, wäre, diese Person zu fragen. Wir wollen das zitieren in der Sendung. Du hast uns das jetzt hier also als Hörerzuschrift geschrieben. Wir gehen davon aus, wenn ihr Kommentare schreibt, wenn ihr uns Mails schreibt, dass wir die zitieren dürfen. Nicht immer mit vollem Namen, da würden wir vorher fragen. Haben wir ja auch hier nicht getan. Aber dass das zitatfähig ist und dass das sozusagen Hörer und Hörerinnenpost ist. Ich würde aber das nächste Mal fragen, wir wollen das zitieren. Wie sollen wir mit diesem N-Wort umgehen? Willst du, dass das in der Öffentlichkeit verbreitet wird? Weil es ist ja schon nochmal was anderes, wenn uns ein Betroffener von Rassismus dieses Wort im Zitat schreibt. Oder wenn wir das an tausende von Leuten öffentlich verbreiten und vortragen. Und da würde ich, glaube ich, das nächste Mal fragen. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee, dass man da einfach nachfragt. Wichtig ist mir eigentlich nur, man muss darüber kritisch reden dürfen über dieses Wort. Aber dazu muss man es möglicherweise nicht nennen. Auf der anderen Seite war es diesem Hörer gerade wichtig, quasi seine Verletzung transparent zu machen. Da ging es ja darum, dass ihn das eben verletzt hat. Also ich finde, es ist wirklich aus unserer Sicht redaktionell eine schwierige Entscheidung. Man kann gar nicht so richtig gewinnen und insofern kann man den Menschen eigentlich nur fragen. Der zweite Punkt, der im Feedback eine Rolle spielt und das ist tatsächlich auch was, glaube ich, wo Philipp und ich wirklich was gelernt haben. Philipp, du sagtest ja, das kam auch schon in einem Buch vor, das wir empfohlen haben. Genau. Das ging um diese Unterscheidung, farbig oder schwarz. Wir hatten das ja damals in der Sendung auch schon direkt korrigiert. Dieses Wort farbig wird als rassistisch wahrgenommen, kommt halt aus einer Rassenlehre und war nie eine Bezeichnung von den Menschen selbst. nie eine Selbstbezeichnung, die damit bezeichnet wurden. Und deswegen, so steht das zumindest in diesen Büchern, die ich letztes Mal auch genannt hat, Exit Racism und so, wollen nicht weiße Menschen häufig als People of Color oder eben als schwarz bezeichnet werden, wobei schwarz eben groß geschrieben wird und keine Bezeichnung für die Hautfarbe ist, sondern eine politisch-gesellschaftliche Bezeichnung. Für diese Diskriminierung. Ich bin Opfer und Objekt von Rassismus. Das ist also die Bedeutung, die da mitschwingt. Weniger die Farbe als diese politische oder diese gesellschaftliche Stigmatisierung. Zu unserem nächsten Thema. Wir blicken nach Hongkong und nach China. Denn dort jähren sich jetzt die Massenproteste, die vor einem Jahr schon begonnen haben. Auslöser war damals ein Gesetzentwurf, der Auslieferungen aus Hongkong nach China erleichtern sollte, was als Bedrohung der demokratischen Kultur und der Meinungsfreiheit, aber auch der Pressefreiheit wahrgenommen wurde. Hintergrund war damals, dass Carrie Lam, die Chief Executive, also quasi die Regierungschefin in Hongkong, letztlich als Vertreterin Pekings wahrgenommen wird und weniger als Repräsentantin des Volkes von Hongkong. Heute steht ein neues Sicherheitsgesetz auf der Agenda in Hongkong, das wiederum sehr kontrovers diskutiert wird. Und wir nehmen dies zum Anlass, uns mal wieder mit dem Thema Hongkong und China genauer zu beschäftigen und haben uns deswegen einen Experten eingeladen, nämlich Professor Dr. Sebastian Heilmann. Er hat den Lehrstuhl für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier inne und wir freuen uns sehr, dass er heute in der Lage der Nation zu Gast ist. Herzlich willkommen, Professor Heilmann. Guten Tag, hallo. Sagen Sie mal, Herr Heilmann, der aktuelle Anlass ist ja dieses Sicherheitsgesetz, was von China verabschiedet wurde. Worum geht es da genau? Naja, das ist jetzt der Versuch, Chinas im Grunde die eigenen Standards für die Einheit Chinas und für die Verhinderung von subversiven Aktivitäten, diese ganzen chinesischen Standards jetzt nach Hongkong zu bringen. Das heißt, aus chinesischer Sicht ist Hongkong natürlich seit 1997 ein unveräußerlicher Teil von der Volksoblig China. Das heißt, die Volksoblig China hat volle Souveränität. Und wenn dann solche Demonstrationen stattfinden, die im Grunde die Zentralregierung angreifen und das chinesische System kritisieren und sich eher den amerikanischen Positionen nähern, dann ist sozusagen aus Pekinger Sicht die Zeit gekommen, wo man die eigenen Sicherheitsstandards in Hongkong durchsetzen muss. Und das versuchen die jetzt mit einem Gesetz, was im Grunde dem Grundgesetz Hongkongs beigefügt wird, also in einem Anhang. Das ist der Trick, dass nicht das Grundgesetz Hongkongs verändert wird, sondern in einem Annex, in einem Anhang zu diesem Grundgesetz die chinesische Position jetzt geklärt wird. Und das sind harte Maßnahmen. Da geht es dann wirklich darum, dass auch chinesische Sicherheitsorgane eine offizielle Präsenz in Hongkong bekommen und auf diese Weise wahrscheinlich die Hongkonger Sicherheitsbehörden letztlich ausknocken. Und das ist die Angst in Hongkong, dass jetzt der Anschluss und die Gleichschaltung mit der Volksoblig China kommen. Ja, Sie haben ja jetzt gerade schon das Verhältnis zwischen Hongkong und China mehrfach angesprochen. Das wird ja häufig beschrieben mit dem Schlagwort Einland, zwei Systeme. Was bedeutet das denn eigentlich ganz konkret? Also auf welcher völkerrechtlichen Grundlage beruht das Verhältnis zwischen Hongkong und Peking? Und wie wirkt sich das auf die politische Situation konkret aus? Ursprünglich war Hongkong ja eine britische Grotkolonie bis 1997. Und da gab es lange Verhandlungen, die in den 80er Jahren anfingen, wie man nun diese Übergabe, diese Rückgabe an die Volksoblig China managt. Und da kam man auf die Idee, eine Joint Declaration, eine gemeinsame Erklärung der Volksoblig China und des Vereinigten Königreiches als internationalen Vertrag zu gestalten. Und diese gemeinsame Erklärung wurde 1984 dann unterzeichnet und tatsächlich auch als Vertrag bei den Vereinten Nationen hinterlegt. Und dorthin, da steht tatsächlich, dass Hongkong bis 2047 eine Art geschütztes Regime ist, also was wirklich eine eigene autonome Verwaltung haben soll. Und das ist ein eindeutiges Statement, dass Hongkong nicht gleichgeschaltet wird, sondern tatsächlich bis 2047 Sonderrechte genießt und vor allem Autonomie, so heißt es, einen hohen Grad an Autonomie in der Selbstverwaltung genießt. Und um diese Fragen geht es jetzt. Also einerseits tatsächlich ein Vertrag, ein internationaler Vertrag, der ganz klar gilt aus westlicher Sicht und China ist da momentan so ein bisschen am Lavieren. Aber es ist so, dass das ein geschütztes Regime ist. Und dieser Streit, der sich jetzt da tatsächlich entfaltet, hat natürlich damit zu tun, dass man fürchtet, wenn man jetzt nachgibt in der Hinsicht, jetzt aus der amerikanischen, europäischen Position, dann wird China in Zukunft mit internationalem Recht machen, was es will. Jetzt ist es ja so, dass Hongkong lange zumindest als eine sehr freie, liberale Gesellschaft galt. Jetzt hatten wir letztes Jahr den Versuch, ein Gesetz über die Auslieferung, über die leichtere Auslieferung durchzubringen. Jetzt haben wir dieses Sicherheitsgesetz. Ist das denn noch eine Demokratie? Wie weit ist China bei der Übernahme der Kontrolle da jetzt gekommen? Da hat China jetzt einen Punkt, denn was die britische Kolonialverwaltung versäumt hatte, war in Hongkong wirklich Demokratie einzuführen. Die hatten also keine freien Wahlen. Die hatten im Grunde ein abgeleitetes, freiheitliches Regime in Hongkong, wo was aber ganz klar von London aus gesteuert wurde. Mit einer Kolonialverwaltung und ohne freie, unabhängige Wahlen in Hongkong. Das ist eine Schwäche, die die chinesische Seite natürlich jetzt als Argument nutzt, indem sie sagt, das war nie eine Demokratie. Und deswegen müssen wir da jetzt auch nichts tun. Das heißt, Hongkong ist ein besonderer Fall. Im Grunde ist das eine freiheitliche Gesellschaft mit einer unabhängigen Justiz. Das ist alles abgeleitet vom britischen parlamentarischen System ursprünglich. Aber nochmal, die chinesische Seite hat diesen Punkt, dass tatsächlich unter Kolonialverwaltung niemals eine formelle Demokratie eingeführt worden war. Und das hilft jetzt der chinesischen Seite zu sagen, wir machen da natürlich ein Regime in Hongkong auf, was kompatibel mit der Volksrepublik China ist. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich in der Praxis? Also würden Sie sagen, die Menschen in Hongkong genießen demokratische Selbstbestimmung? Ist das tatsächlich noch eine Demokratie, auch wenn die Chinesen, wie Sie gerade ausgeführt haben, das ja letztlich so nie anerkannt haben? Oder wird da tatsächlich schon von Peking aus durchregiert? Das ist jetzt zu erwarten. Ich würde ganz eindeutig das so beurteilen, dass nach Jahren, wo die Pekinger Regierung sehr unzufrieden war mit der Lage in Hongkong, wo im Grunde ja Demonstrationen im großen Stil stattfanden, die die Zentralregierung unterliefen, also alle Weisungen der Zentralregierung unterliefen, dass das tatsächlich jetzt zu einer Gleichschaltung führt. Ich würde wirklich erwarten, dass Hongkong, zumindest was Verwaltung, Justiz angeht, immer ähnlicher jetzt in den nächsten Jahren der Volksrepublik China wird. Das wird schrittweise passieren, nicht jetzt mit einem großen Paukenschlag. Aber als Hongkonger Bürgerin, Bürger würde ich mir sehr große Sorgen machen, was eigentlich mit den persönlichen Freiheitsrechten und mit der unabhängigen Justiz in Zukunft passiert. Und das dehnt sich dann aus. Es geht dann auch am Ende um den Börsenplatz Hongkong, den Finanzplatz Hongkong, weil da natürlich die Glaubwürdigkeit dieses Finanzplatzes zentral mit den Institutionen zusammenhängt. Das heißt, ohne unabhängige Justiz, ohne glaubwürdigen Rechtsstaat in Hongkong werden sich viele internationale Investoren dann schon überlegen müssen, ob sie in Hongkong so bleiben wie bisher. Jetzt haben Sie gesagt, 2047 soll eigentlich der Status erst enden, dieses Prinzip Ein-Land-Zwei-Systeme. Jetzt beschreiben Sie aber auch, wie das so Stück für Stück wahrscheinlich schon früher passiert. Bricht China da Völkerrecht? Also es ist kein Völkerrecht in dem einfachen Sinne, es ist sogar konkreter, es ist ein Vertrag. Es ist tatsächlich ein internationaler Vertrag, der hinterlegt ist, nochmal bei den Vereinten Nationen. Das ist eine ganz klassische Absicherungsgeschichte aus westlicher Sicht. Das heißt, wenn der Vertrag in der Form gebrochen wird, dass Hongkong keine Autonomie mehr haben sollte, also gleichgeschaltet wird mit der Volksrepublik China, dann ist das aus westlicher Sicht und aus der Sicht internationaler Rechts ein eindeutiger Vertrags. Wann wäre das denn soweit in Ihren Augen? Also wann würden Sie sagen, okay, also das war es jetzt? Ja, das ist tatsächlich eine sehr weiche Formulierung. Da geht es um einen hohen Grad an Autonomie, es geht um den Hongkong-Way-of-Life und solche Dinge. Das heißt, letztlich würde ich ganz klar einen formellen Bruchpunkt, den man auch festnageln kann, dort darin sehen, dass die Hongkonger Polizei im Grunde parallelisiert wird durch chinesische Sicherheitsorgane. Das ist das Erste, dass die Hongkonger Verwaltung, also die Chief Executive in dem Fall, wirklich auf Weisungen Pekings handelt und direkt im Durchgriff das umsetzt, was aus Peking kommt. Aber der schärfste und klarste Eingriff wird natürlich der Verlust einer unabhängigen Justiz in Hongkong sein. Das ist etwas, was wir sehen werden, wenn auf einmal in Rechtsverfahren, in Gerichtsverfahren eingegriffen wird in der Form, die völlig unvereinbar sind mit der Unabhängigkeit von Gerichten. Ich denke, da werden wir viele Prüfpunkte haben und die müssen wir auch einziehen, denn aus westlicher Sicht ist klar, dass wir ohne strikte Kriterien im Grunde immer mehr der chinesischen Seite Zugeständnisse machen. Und wenn wir diese internationalen Verträge verteidigen wollen, dann müssen wir dort jetzt ganz harte Prüfkriterien einführen auf der westlichen Seite. Ja, die Kriterien sind das eine. Das andere ist natürlich die Frage, wie man eigentlich auf einen etwaigen Bruch oder Verstoß gegen solche Kriterien reagiert. Welche Handhabe sehen Sie denn da eigentlich für die Staaten des Westens möglicherweise Einfluss geltend zu machen? Zunächst mal geht es darum, dass auch das Business selbst, also Unternehmen, die in Hongkong aktiv sind, die dort sehr wichtige Repräsentanzen haben, die dort investiert haben, dass die natürlich sich überlegen, ob das noch der Standort ist. Da gibt es momentan viele Anzeichen, dass sich das verändern wird, wenn China dort wirklich durchgreift. Das andere ist natürlich, und das ist ein scharfes Schwert, dass der Finanzplatz Hongkong und der Dienstleistungsplatz Hongkong beschädigt wird, wenn etwa die USA sagt, wir behandeln Hongkong jetzt als Teil Chinas, nicht mehr als autonome Selbstverwaltungszone. Das würde bedeuten, dass Hongkong, das ist eine harte Sache, der Finanzplatz Hongkong auf den Status eines Emerging Markets zurückfiele. Also nicht mehr als ein Börsenplatz, der für alle zugänglich ist, mit hoher Qualität, sondern dann würden wirklich viele internationale, institutionelle Investoren ihr Geld aus Hongkong abziehen müssen. Und das ist etwas, was nicht im Interesse der Volkshochschule China ist. Hongkong muss als Finanzplatz wirklich attraktiv bleiben. Das heißt, es muss auch aus Pekinger Sicht unbedingt verhindert werden, dass die ganzen institutionellen Investoren, die international maßgeblich sind, dass die auf einmal abziehen aus Hongkong. Da hat die US-Regierung und hätten auch potenziell die Europäer ein ganz scharfes Schwert gegenüber der Volkshochschule China in der Hongkong-Frage. Jetzt ist im Wall Street Journal ein längerer Artikel erschienen, der so ein bisschen die These vertritt, Hongkong ist nur pass pro toto für eine momentan sehr expansive chinesische Geopolitik, die Xi Jinping und Peking im Schatten der Corona-Pandemie vollziehen. Also die These ist so, die Aufmerksamkeit von Europa und speziell der USA ist halt eher mit dieser Pandemie beschäftigt und dort gebunden. Und in diesem Schatten der Pandemie geht jetzt China bei uralten Konfliktregionen aggressiver vor. Also da ist zum Beispiel Hongkong nur das eine, aber eben auch im chinesischen Meer werden Inseln benannt und an der indischen Grenze werden Truppen aufgestellt in einem umstrittenen Gebiet im Himalaya. Wie sehen Sie das? Ich würde schon sagen, dass wir dieses Muster sehen gegenwärtig. Aus chinesischer Sicht müssen wir schon das uns auch vor Augen halten, ist diese Situation momentan eine außergewöhnlich günstige historische Lage. Das heißt, die USA ist angeschlagen, ist zerrissen intern. Das Bündnis zwischen den USA und Europäern und Japanern ist zumindest am Schwanken an vielen Stellen mit internen Spannungen dann auch, so dass aus chinesischer Sicht jetzt im Grunde viele eigene Maßnahmen überdeckt werden, überlagert werden von ganz anderen Themen wie vor allem natürlich der Pandemie, aber auch den Spannungen im westlichen Bündnis. Und das ist die Gelegenheit im Grunde jetzt Pflöcke einzuschlagen. Und wir haben da viele Dinge. Sie haben völlig recht in Indien. Das ist sehr beunruhigend, dass es dort jetzt wieder zu offenen Spannungen kommt in diesen umstrittenen Grenzregionen. Wir haben im südchinesischen Meer wirklich auch das Nächste. Auch wieder ein Bruch mit internationalem Recht, dem Seerecht, was ja auch belegt ist durch tatsächlich ein Urteil eines Schiedsgerichts, wo China zurückgewiesen wurde, die ganzen Gebietsansprüche. China hat zugesagt der Obama-Administration, dass es keine militärischen Einrichtungen baut auf diesen Inseln, diesen künstlichen Inseln im südchinesischen Meer. Ein Jahr später waren dort Raketenbasen eingerichtet. Das sind schon alles Dinge, die uns Hinweise geben, wo es hinläuft. Das heißt, wenn wir dort nicht Einhalt gebieten, wenn dort nicht tatsächlich klare, harte Grenzen gesetzt werden, die diesem chinesischen Vordringen, dann müssen wir in den nächsten Jahren damit rechnen, dass dieses expansive Vorgehen immer weitergeht und China schrittweise tatsächlich auf Kosten anderer die eigene Machtprojektion betreibt. Wir haben auch ganz unangenehme Themen, die gar nicht momentan gespielt werden. Mekong ist ein großes Ding, die Wasserader für große Teile Südostasiens. Diese Wasserader trocknet aus, weil China tatsächlich seriell Staudämme gebaut hat im Oberlauf des Mekong auf chinesischem Territorium. Das sind alles Dinge, die auch nicht im Einklang mit internationalem Recht sind. Wir müssen also höllisch aufpassen, dass wir hier nicht sozusagen ins Rutschen geraten und China mit uns am Ende tatsächlich macht, was es will. Also ich höre das ein bisschen raus, dass Sie für eine deutlich härtere Haltung gegenüber Peking plädieren. Man muss sich natürlich immer überlegen, wenn man das tatsächlich so spielt auf der internationalen Ebene, wie das wiederum in Peking ankommen würde. Vielleicht können Sie ja noch mal so ein bisschen versuchen darzustellen, wie denn eigentlich Pekings Sicht auf diese Konflikte ist. Wie nimmt sich China quasi in der Welt wahr? Worauf beruht dieser Expansionsdrang, den Sie gerade ja geschildert haben? Ist das tatsächlich einfach nur, wie soll ich sagen, so eine Art genuine Aggressivität? Oder spielen da vielleicht auch Motive eine Rolle, die man besser nachvollziehen kann? Ja, aus chinesischer Sicht ist das tatsächlich keine Aggressivität. Und das ist, wie Sie richtig sagen, diese innere Selbstwahrnehmung Chinas ist schon essentiell, um das überhaupt zu verstehen, was da abläuft. Die chinesische Seite kommt zu dem Schluss, nicht ganz ungerechtfertigt natürlich, dass die amerikanische, die Trump-Administration, unbedingt China niederhalten will. Also den Aufstieg Chinas verhindern will. Und jetzt kommt China umzingeln will durch neue Bündnissysteme, durch zum Beispiel ein neues Bündnis mit Indien. Also immer engere Zusammenarbeit mit Indien, militärisch, geheimdienstlich, viele sehr herzliche Besuche wechselseitig. Das heißt, China sieht sich dort umzingelt vom Süden her. Japan als Partner der USA, dann stärkere Unterstützung für Taiwan durch die USA. In Südostasien gibt es neue, im Grunde informelle Allianzen. Vietnam wird immer näher an die USA ranrücken. Indonesien hat inzwischen antichinesische Positionen in vielerlei Hinsicht. Das heißt, aus chinesischer Sicht wird China bedrängt und wird umzingelt. Und man versucht jetzt durch eigene Aktivitäten Spielraum zu gewinnen. Und im Grunde solche Situationen, wie sie sich jetzt bieten, zu nutzen. Das heißt, aus chinesischer Sicht ist es keineswegs aggressiv, sondern es ist natürlich Selbstverteidigung. Und es ist einfach Behauptung der eigenen Positionen. Und dort wird natürlich mit allen im Grunde Schikanen gespielt, die dann Großmächte, aufstrebende Großmächte und regionalen Mächte dann auch zur Verfügung haben. Das heißt, wenn es militärisch etwa keine Risiken gibt, kann man vorbrechen im südchinesischen Meer. Jetzt ist ja eine klassische Antwort auf solche Staaten eigentlich der Versuch, zumindest ein Weg, der Versuch, sie international einzubinden und stärker in Abhängigkeiten zu nehmen. Jetzt ist es so, dass die USA und Russland über die Verlängerung bestehender Atomwaffenkontrollverträge verhandeln, verhandeln wollen. Und die USA fordern auch angesichts der Milliarden, die China in die Aufrüstung gepumpt hat und noch pumpen wird, dass auch China bei diesen Verhandlungen dabei sein muss, damit das irgendwie Sinn macht. Wie groß halten Sie die Chance, dass China sich in solche Verträge auch militärischer Kontrolle einbinden lässt? Sehr schwierig gegenwärtig. Denn wir haben da viel Erfahrung, auch in den letzten Jahrzehnten. China hat da immer eigentlich positive rhetorische Signale gegeben. Aber vertragliche Bindungen, die sozusagen auch die eigene, schnelle, nachholende Entwicklung dann ja bremsen würde. Dass man also kein Waffenarsenal aufbauen kann, dass man im Rüstungsbereich nicht sozusagen nationale Souveränität mehr hat an vielen Stellen, etwa bei der Raketenrüstung mit Blick auf Taiwan. Das sind alles Dinge, die China nicht akzeptieren würde. Das heißt, die klassische Reaktion auf chinesischer Seite ist, dass man rhetorisch wohlwollende Signale setzt, aber am Ende in den Verhandlungen tatsächlich nicht Farbe bekennt und sich schon gar nicht da an irgendeinen Mast binden lässt. Und wir haben das auch im Wirtschaftsbereich, in den Verhandlungen mit der EU. Da kommen immer freundliche Signale. China wird öffnen und wird natürlich gleichberechtigte Handelsbeziehungen zulassen. Und am Ende, wenn es zum Schwur kommt, etwa bei diesem Investitionsabkommen, tritt China zurück und dann verhandelt man sieben Jahre lang ohne jeden Erfolg sozusagen, ohne jedes konkrete Ergebnis. Da würde ich wirklich nicht viel erwarten, denn China sieht sich, das müssen wir klar sehen, natürlich zu Recht auf der Siegerstraße. China sieht sich als nachholende, aufholende Macht, die jetzt die Chance hat, ihren Platz an der Sonne zu bekommen. Wir hatten historisch solche Fälle ja häufiger. Und deswegen erwarte ich nicht, dass die irgendwie Selbstbindung oder Selbstbeschränkungen durch internationale Verträge im Rüstungsbereich eingehen werden. Prognosen sind immer schwierig, weil sie sich auf die Zukunft beziehen. Aber wenn Sie trotzdem mal in die Glaskugel schauen, wo sehen Sie denn China, wo sehen Sie die Vereinigten Staaten in zehn Jahren? Zur Zeit, muss ich Ihnen sagen, sieht es stark danach aus, dass China das Rennen macht. Vor allem, wenn ihr Spiel sozusagen, das chinesische Spiel mit den eigenen Plänen nicht unterbrochen wird. Das ist natürlich jetzt das Besondere am Verhältnis zur Trump-Administration, dass die voll reingegrätscht ist, in diese chinesische Aufhol- und Überholjagd. Und die Trump-Administration ist natürlich aus chinesischer Sicht ein Zeichen für ein sinkendes, ehemals hegemoniales System, also die USA. Und das ist etwas, was viele teilen gegenwärtig, dass die Zukunft im Bereich vor allem der Technologien und im Bereich auch des Einflusses, des globalen Einflusses China gehören wird. Also müssen wir uns darauf einstellen, in der Tat, dass ein System, was mit unseren Vorstellungen nicht kompatibel ist, dass das immer mächtiger wird. Und damit umzugehen, das ist die eigentliche Herausforderung. Genau, vielleicht letzte Frage noch da. Wenn wir das nicht so akzeptieren wollen, also wenn es so ein chinesisches Jahrhundert, möchte ich mal nennen, in Ihren Augen zumindest droht, mit all den Werten, die China vertritt und die mit demokratischen, freiheitlichen Gesellschaften nur schwer in Einklang zu bringen sind, wie wir jetzt in Hongkong sehen. Was ist denn Ihre Idee, was müssten Europa, Deutschland vor allen Dingen tun, um da sich entgegenzustellen und das vielleicht zu verhindern? Wir haben auf der Business-Seite, also bei den Unternehmen, einen starken Zug nach China. Die müssen dort präsent sein. Das ist der wichtigste Markt, in vielen Fällen schon weit vor den USA jetzt, was die Ertragskraft angeht in China, was also die Abhängigkeit im Blick auf die Erträge angeht. Das heißt, die werden nicht von sich aus aus China zurückziehen. Die müssen dort sein. Was wirklich unterstützt werden kann, politisch und was in vielen Unternehmenszentralen auch natürlich positiv bewertet wird, ist eine Diversifizierung weg von China. Das heißt, dass das in China stattfindet, was für den chinesischen Markt gedacht ist, das aber aus China heraus natürlich nicht etwa nach Südostasien, Lateinamerika geliefert werden muss oder gar nach Europa und USA zurück. Das heißt, was ich erwarten würde, und das ist sehr wichtig, dass es starke Anreize gibt für eine Diversifizierung über China hinaus, sodass wir keinesfalls alle Eier in einen Korb legen dürfen und uns völlig abhängig machen dürfen von einem System, was tatsächlich freiheitliche Ordnung auf Dauer verdrängen wird. Das muss uns klar sein, dass wir dort in einen grundsätzlichen Konflikt reinlaufen. China hat ein ganz anderes Menschenbild vor Augen, ganz anderes Gesellschaftssystem vor Augen. Und je mächtiger dieses chinesische System wird und je abhängiger wir davon bleiben, desto stärker wird es unsere eigenen freiheitlichen Systeme beschädigen. Ich kann da nur ganz klar warnen und ich glaube, viele nehmen die Schärfe und Tiefe dieses Konflikts nicht bisher ernst in der konsequenten Form. Das ist unvereinbar und China wird immer mächtiger. Und es kann sein, dass unsere eigenen Systeme dadurch auf Dauer völlig deformiert werden. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Prof. Sebastian Heilmann, Inhaber des Lehrstuhls für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier. Vielen Dank, Herr Prof. Heilmann, dass Sie Zeit hatten für uns. Gerne. Wir kommen jetzt zu einem Thema, was in seiner politischen Realisierung noch nicht so richtig weit fortgeschritten ist, sondern eher noch so die Form von Strategiepapier und sowas hat. Aber ich fand das trotzdem super interessant, als ich mich da jetzt die Tage mal ein bisschen reingelesen habe, weil es finde ich ein großes Puzzleteil in dieser ganzen Diskussion ist, was wir bisher noch nicht so richtig wahrgenommen haben. In dieser ganzen Diskussion wird Deutschland eigentlich klimaneutral. Also wie können wir unsere ganzen Klimaziele erfüllen, zu denen wir uns verpflichtet haben? Und wir reden ja immer dann über Ökostrom und Ökostrom für Autos und nachhaltige Wärme für die Wohnungen und so. Aber was dabei so ein bisschen zumindest mir immer nicht so ganz klar war, ist, dass es damit ja nicht getan ist, wenn wir unseren Verkehr klimafreundlicher machen und auch die Privatwohnungen klimafreundlicher heizen, sondern es geht ja hier um ganze Industriezweige in Deutschland. Stahlproduktion, Chemie, die unglaubliche Massen an Energie verbrauchen und vor allen Dingen diese eben bisher aus Kohle und Gas ziehen. Ja und zwar Kohle und Gas einsetzen, teilweise für die Energiegewinnung, teilweise aber auch direkt für chemische Reaktionen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Stahlproduktion denken, da geht es ja einfach auch darum, quasi den Kohlenstoffanteil aus dem Eisen zu entfernen. Ja, wie soll das jetzt ganz konkret gehen? Häufig wird hier Wasserstoff als Lösung diskutiert und wir haben uns gedacht, wir besprechen mal so ein bisschen ausführlicher eigentlich die Rolle von Wasserstoff bei der Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks. Vielleicht ganz am Anfang erstmal eine kurze Erläuterung, was ist denn Wasserstoff eigentlich? Na, das ist halt, das ist halt ein Element, ja, also ein gasförmiger Stoff, jedenfalls bei Umgebungstemperaturen gasförmiger Stoff. Das Element, aus dem daher kommt der Name auch Wasser besteht, ja, also ein Wassermolekül besteht aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom, deswegen H2O. Ja, diese Abkürzungen kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Und dieser Wasserstoff hat ganz interessante Eigenschaften, der ihn möglicherweise zu einem zentralen Energieträger im Rahmen dieser Energiewende machen könnte. Ja, man kann nämlich Wasserstoff relativ leicht herstellen mittels der sogenannten Elektrolyse. Man kann nämlich Wasser, das es ja nun Gott sei Dank in rauen Mengen gibt, mithilfe von Energie aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Ja, man hält also im Grunde zwei Elektroden in ein Wasserbecken und dann sammelt sich an der einen Elektrode der Wasserstoff und an der anderen Elektrode der Sauerstoff. Den Sauerstoff kann man im Prinzip einfach in die Umgebung entlassen, der tut ja niemandem weh. Und der Wasserstoff ist ein brennbarer Stoff, den man dann teilweise unmittelbar einsetzen kann zur Energiegewinnung. Das Problem bei dem Wasserstoff ist, weil es eben so ein ganz kleines Atom ist, ist es auch extrem flüchtig. Das heißt, Wasserstoff verdammt bei extrem niedrigen Temperaturen. Und um dieses Wasserstoffgas zum Beispiel zu verflüssigen, muss man extrem hohen Druck aufwenden. Deswegen ist Wasserstoff sehr, sehr schwierig zu transportieren. Und Wasserstoff ist auch gefährlich. Denn in Mischung mit Sauerstoff bildet Wasserstoff explosionsfähige Gemische, Philipp. Du hast da mal mit deinem Sohnemann so ein kleines Experiment gemacht. Ich meine, das haben wahrscheinlich viele Eltern auch gemacht mit ihren Töchtern und ihren Söhnen. Einfach eine Batterie und dann zwei Kontakte in die Wasserflasche und dann sammelt sich das Gas und dann öffnet man den Deckel. Und ich da hat dann so gedacht, naja, wie viel wird da schon drin sein in so einer zwei Liter Wasserflasche? Oben mal einen Deckel geöffnet, Feuer rangehalten. Das Ding hat ordentlich gewumst. Wir waren so ein bisschen, ich war so ein bisschen auch geschockt, ob meiner Naivität, da war doch ordentlich Wumms drin und der Deckel ist sonst wohin geflogen und ich war kurz froh, dass da nicht noch mehr explodiert ist. Also da steckt schon ordentlich Wumms drin und den nutzen wir ja heute schon. Also die Bahn zum Beispiel hat, wie viel weiß ich nicht, aber einige Loks fahren, die mit Wasserstoff betrieben werden. Heute schon? Ja, fährt schon und ist wohl auch recht erfolgreich und das funktioniert wohl ziemlich gut. Stromnetzbetreiber, die planen, also gerade hier auch die in Nord- und Nordost Deutschland zugegen sind und da die Netze, die Übertragungsnetze betreiben, die planen Anlagen, um aus überschlüssigem Windstrom Wasserstoff herzustellen. Also damit spalten sie dann einfach Wasser auf, stellen Wasserstoff her und speichern somit eben überschlüssigem Windstrom. Toyota baut schon Busse auf Wasserstoffbasis und so, aber es ist eben noch nicht auf breiter Front. Das ist der Punkt und deswegen wurde gestern diese sogenannte Wasserstoffstrategie in Deutschland vorgestellt. War ja auch, also das Ding war lange in der Mache. Deutschland will jetzt da Weltmarktführer werden bei Wasserstofftechnologie und diese Wasserstoffstrategie, die war lange in der Planung, war lange in der Mache und ist jetzt durch dieses Konjunkturpaket anlässlich der Corona-Epidemie vergangene Woche Realität geworden. Das wurde dann so ein bisschen in diesem Konjunkturpaket, wir haben das ja auch nur kurz angerissen als neu und wir machen da jetzt was verkauft. Dabei ist das letztlich längst geplant gewesen und wäre wahrscheinlich auch so in die Welt gekommen. Ziel ist ganz klar, bis 2030, also in zehn Jahren, sollen Anlagen zur Wasserstoffherstellung von einer Leistung von fünf Gigawatt entstehen und dann bis 2040 nochmal fünf Gigawatt. Fünf Gigawatt, also insgesamt dann zehn Gigawatt. Das ist ungefähr so viel wie zehn Atomkraftwerksblöcke, also schon eine Menge. Fünf Blöcke steht hier im Pad. Ja, fünf Gigawatt, also ein Gigawatt ist ein Block, zehn Gigawatt sind dann zehn Block. So, bis 2040, das ist der Plan. Und Strom für die Herstellung dieses Wasserstoffs, der soll eben billig gehalten werden, damit es attraktiv ist, dass eben keine EEG-Umlage gezahlt wird auf den Strom, der halt zur Herstellung von Wasserstoff verbraucht wird. Das ist so der Plan. Und die Abnahme soll auch attraktiv gemacht werden. Zum Beispiel, weil die Bundes, indem die Bundesregierung erwägt, eine Quote einzuführen. Also zum Beispiel Flugbenzin verpflichtend sagt, für Flugbenzin muss eine bestimmte Quote aus synthetischen Kraftstoffen auf Wasserstoffbasis eingeführt werden, also dass die Nachfrage da auch stimuliert werden soll. Und dafür will die Bundesregierung sieben bis neun, neun Milliarden, also sieben Milliarden innerhalb des Konjunkturpakets und dann nochmal zwei Milliarden für so Kooperationen zum Beispiel mit Marokko, damit die halt Wasserstoff für uns herstellen, den wir nicht haben, sollen auch nochmal zwei Milliarden ausgegeben. Ja genau. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nochmal ganz kurz sich klar macht. Was ist eigentlich jetzt diese Rolle von dem Wasserstoff? Na der Wasserstoff ist im Grunde eine Form, ein Energieträger. Der Wasserstoff dient im Grunde dazu, elektrische Energie in gewisser Hinsicht zu speichern in Form eines Kraftstoffs, den man besser speichern kann. Das ist immer das große Problem bei Strom. Strom muss man im Prinzip im selben Moment verbrauchen, wo er hergestellt wird, weil er so schwer zu lagern ist. Also man kann mit so ein paar Tricks auch versuchen, elektrische Energie zu speichern. Also beispielsweise gibt es ja sowas wie Pumpspeicherkraftwerke, ja, also wo Strom verbraucht wird, indem man Wasser ein paar hundert Meter den Berg hochpumpft. Norwegen zum Beispiel macht das ganz viel, ja. Also das ist so, das ist dann, das wirkt im Grunde so ein Wasserbassin oben auf dem Berg so ein bisschen wie ein riesengroßer Akku. Ja, du lässt es halt wieder runterlaufen und zeigst damit dann wieder Strom. Genau, das heißt also, das ist eine Möglichkeit, wie man Strom speichern kann. Aber im Prinzip ist das relativ schwer. Und der Wasserstoff löst potenziell, je nachdem, wie man das so ausgestaltet, das Problem, dass man Strom so schlecht speichern kann. Also man kann Strom in Wasserstoff umwandeln und kann dann die in diesem Wasserstoff quasi gespeicherte Energie später wieder einsetzen und kann dann Wasserstoff an allen möglichen Stellen einsetzen, um bisherige fossile Energieträger zu ersetzen. Also beispielsweise kann man auch Wasserstoff in bestimmten Mengen heute schon dem Stadtgas beimischen, also dem Erdgas, sodass man eben ein bisschen weniger Erdgas verbraucht und stattdessen ein bisschen Wasserstoff. Aber weil der Wasserstoff eben aus Strom hergestellt wird, ist Wasserstoff auch nicht per se ein sauberer Energieträger. Also bei der Verbrennung von Wasserstoff entsteht eben nur Wasserdampf. Das ist natürlich sehr sauber, da gibt es keine Probleme. Und die Frage ist aber immer, wie wird der Wasserstoff hergestellt? Also wenn ich jetzt natürlich Gaskraftwerke oder gar Braunkohlekraftwerke nehme und mit diesem Strom Wasserstoff herstelle, dann ist Wasserstoff auch ein extrem dreckiger Energieträger. Genau, das nennt man dann grauen Wasserstoff. Also wenn du dafür fossile Energieträger Gas und Kohle nimmst, dann ist es grauer Wasserstoff. Und dann gibt es halt noch diesen blauen Wasserstoff. Selbe Prinzip, du nutzt die Energie aus Gas und Kohle, um Wasserstoff und Elektrolyse zu machen, um Wasserstoff herzustellen. Aber du fängst das CO2, was dabei entsteht, wieder ein und vergräbst es in der Erde. CCS heißt das Carbon Capture, ist die Idee, sehr umstrittene Speicherung. Unklar, ob das alles funktioniert. Das heißt, so richtig erstrebenswert ist eigentlich grüner Wasserstoff, der halt mit nachhaltig produzierten Sonnen- und Windstrom hergestellt wird. Und da kommt wieder Marokko ins Spiel. Nur damit man versteht, warum Philipp das gerade gesagt hat. Also Marokko ist da ein Beispiel für ein Land, in dem eben einfach die Sonne sehr deutlich scheint. Und die Idee ist dann, dass man große Solaranlagen irgendwo in die Wüste packt. Also das kann man in Marokko machen, aber natürlich zum Beispiel auch auf der arabischen Halbinsel oder in die Sahara oder so. Und dass man dann mit dem so erzeugten Strom Wasser aufspaltet, Wasserstoff produziert und diesen Wasserstoff dann mit großen Tankschiffen zum Beispiel nach Europa schickt oder durch einen langen Pipeline. Gibt es auch schon, also das wurde gestern bei der Vorstellung dieser Wasserstoffstrategie auch gesagt, dass es da schon Verträge mit Marokko gibt, um eben grünen Wasserstoff für Europa herzustellen. Der Grund liegt einfach darin, dass auch wenn es gelingt, solche umfassenden Mengen von Wasserstoffproduktionen, zehn Gigawatt oder so, hier in Deutschland aufzubauen in den nächsten zehn Jahren, dass es trotzdem nicht reichen wird. Dass wir zu wenig grünen Wasserstoff haben werden, um diesen Bedarf zu stillen. Und das Handelsblatt, das hat einen sehr umfangreichen Artikel dazu geschrieben, das haben wir auch mal verlinkt. Denn die Umstellung vor allen Dingen der Industrie, also wir reden jetzt hier nicht so sehr von Autos, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, wir haben die Studien auch verlinkt, dass Wasserstoff in Autos tendenziell keine besonders gute Idee ist. Die Strategie fußt da jetzt auch nicht so drauf, weil es da in Autos einfach besser und effizienter ist, direkt batterieelektrisch den Strom zu verwenden, als statt ihn jetzt über Wasserstoff wieder da einzuführen. Sondern richtig Sinn macht das für Sachen, wo viel Energie gebraucht wird, Gütertransport, Züge, Industrie, Chemie, Stahlherstellung, da macht das Sinn. Und zwar einfach, weil dieser Wasserstoff so extrem schwer zu lagern ist, insbesondere in kleinen Speichern. Da sind also einfach Batterien in Autos effizienter. Aber es gibt natürlich gerade von Seiten der Automobilindustrie immer noch das Kalkül, dass man möglicherweise mittelfristig doch mit Wasserstoff in Autos klarkommen kann. Denn der Gedanke dabei ist, dass man ja Wasserstoff wieder in Motoren verbrennen kann. Das heißt also, es gibt in der Automobilindustrie immer noch Leute, die, wie soll ich sagen, nicht so richtig den Schwenk hin zur E-Mobilität mitmachen wollen. Sondern die sagen, diese schönen Verbrennungsmotoren, die wir jetzt rund 100 Jahre lang entwickelt haben. Die könnte man doch wunderbar quasi in die Zukunft retten, indem man sie mit Wasserstoff betreibt. Und die deswegen diesen Übergang zur E-Mobilität mitunter gerade zu verhindern, weil sie sagen, Wasserstoff rettet uns die Verbrenner. Ja, es gibt da unterschiedliche Stimmen. Das ist ein bisschen umstritten. Die Umweltverbände sagen tendenziell, in Autos macht Wasserstoff wenig Sinn. Da ist es einfach klimafreundlicher. Und das hat auch diese EFOL-Studie gezeigt, klimafreundlicher, batterieelektrisch die Autos zu betreiben. Werner Diewald vom Deutschen Brennstoffzellen- und Wasserstoffverband, der sagt, der Effizienzvorteil des batteriebetriebenen Antriebs, der verliere sich, sobald auch die Vorketten der Herstellung in die Berechnung einbezogen werden. Ich glaube, das EFOL-Institut hat das gemacht. Also das ist umstritten. Die Strategie der Bundesregierung richtet sich auch weniger auf diese Autos, sondern es geht in erster Linie um Gütertransporte und die Industrie. Und das Interessante, und darauf, glaube ich, darauf muss man hinweisen, das Interessante, was ich fand, ist, zu erfahren, wie groß der Energiebedarf ist. Also das Handelsblatt hat das, wie gesagt, ausführlich beschrieben in einem Artikel, verlinken wir. Da steht, und das ist nur am Beispiel der Chemieindustrie, das ist die drittgrößte Industriebranche in Deutschland. Nach Autos und was ist die drittgrößte? Das weiß ich nicht genau. Autos vorne, Chemie spielt eine große Rolle so. Und da ist die Rechnung wie folgt. Der Stromverbrauch der Chemieindustrie heute, nach Angaben des Industrieverbandes für Chemieindustrie, der Stromverbrauch heute 54 Terawattstunden pro Jahr. Nach einer kompletten Umstellung auf Wasserstoff, nicht 54 Terawattstunden, sondern 600 Terawattstunden Ökostrom pro Jahr, um diesen ganzen Wasserstoff herzubestellen, den die brauchen. Wenn der Wasserstoff quasi der einzige Energieträger sein soll und insbesondere Erdgas und Kohle als Energieträger ersetzen soll. Richtig. Und wenn er natürlich 100 Prozent Öko sein soll, dann brauchen die 600 Terawattstunden. Also die brauchen elfmal mehr Strom, als sie heute brauchen. Und alleine die Chemieindustrie würde also dreimal so viel Strom verbrauchen, Ökostrom, wie heute in ganz Deutschland hergestellt wird. Nämlich 180 Terawattstunden pro Jahr. Also wir machen heute für das ganze Jahr in ganz Deutschland 180 Terawattstunden. Und alleine die Chemieindustrie braucht mehr als dreimal so viel, um sich komplett aus Wasserstoff zu versorgen, wenn der aus grünem Strom hergestellt wird. Mit anderen Worten, das wird nicht gehen mit Ökostrom aus Deutschland alleine, sondern wir werden dann, wenn wir das so durchziehen wollen, Wasserstoff aus, sagen wir mal, stromreichen Gegenden der Erde importieren. Also zwei Dinge. Ich glaube, an diesem Import, da zweifelt niemand, dass der stattfinden muss. Und deswegen gibt es diese Verträge mit Marokko, um da eben Wasserstoff herzustellen. Der zweite Punkt ist aber, wir müssen hier Wind und Sonne massiv ausbauen. Das heißt, die 180 Terawattstunden Leistung, die reichen halt einfach bei weitem nicht. Das ist allen klar, dass auch diese Strategie, und das ist, finde ich, so ein bisschen der Knackpunkt, die Strategie, Wasserstoff zu nutzen und zu fördern mit Milliarden und da einen Markt herzustellen und die Kosten runterzubringen und auch zu fördern, das findet auch breite Zustimmung, auch bei Industrieverbänden, auch bei Umweltverbänden. Aber das Problem ist halt, dass man A sagt und auch B sagen muss. Also du kannst A sagen, wir wollen Wasserstoff, auch grünen Wasserstoff, aber wir brauchen Ökostrom. Wir müssen Wind und Sonne massiv ausbauen, wenn wir irgendwie in die Nähe von einer Selbstversorgung kommen wollen. Und das ist ja, also die gute Nachricht, Philipp, ist ja, dass es schon sehr, sehr viele Freundinnen und Freunde des Wasserstoffs gibt. Das heißt also, gegen eine Migration hin zu mehr Wasserstoff gibt es relativ wenig, sagen wir mal, fundamentale Widerstände. Ja, würde ich so sagen. Also das habe ich, was ich so gelesen habe von Umweltverbänden, auch die Industrieverbände. Da ist man sich ausnahmsweise mal einig. Auch die Gasversorger sind natürlich happy, weil dieser ganze Wasserstoff irgendwie in der Republik verteilt werden muss und dafür Gasinfrastruktur genutzt werden kann, die ja womöglich bei einer Energiewende nicht mehr so furchtbar nachgefragt wird, weil Gas zwar nicht ganz so schädlich ist wie Kohle. Ja, und da gibt es auch vor allem weichere Übergänge. Ich habe es eben schon angedeutet, man kann ja dem klassischen Erdgas statt Gas kann man ja jedenfalls in Grenzen Wasserstoff beimischen und möglicherweise durch Umstellung der Verteilernetze, durch Umstellung der Herde und anderen gasverbrauchenden Hardware kann man diesen Anteil auch steigern. Das heißt also, für die Gaswerke ist es im Grunde sehr attraktiv, weil es da einen gleitenden Übergang gibt und sich nicht überflüssig fühlt. Genau, was noch ein wichtiger Punkt ist, ist, selbst wenn es gelingt, sowas wie nachhaltigen Stahl oder sowas herzustellen, ja, aus Ökowasserstoff, aus Grünwasserstoff, dann wird dieser Stahl bis auf weiteres sehr viel teurer sein als normaler Stahl, als konventionell hergestellter Stahl. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Die EU denkt über sowas nach wie so eine CO2-Grenzabgabe, also dass Stahl meinetwegen aus China, der mit Kohle hergestellt wurde, einen Aufschlag erhält. Um einfach die Wettbewerbsfähigkeit von Ökostahl herzustellen. Das sind so Sachen, das sind die großen Fragezeichen, mit denen man sich rumschlagen muss. Ich meine, es sind ja schon jetzt irgendwie mehrere hundert Millionen in Wasserstoffförderung geflossen in Deutschland. So richtig passiert ist da noch nichts. Und das immer ganz ehrlich, das ist ja keine neue Idee. Die Idee gibt es ja schon in 20, 30 Jahren, da haben uns auch HörerInnen darauf hingewiesen, die uns geschrieben haben, dass natürlich diese Wasserstoffforschung schon seit Jahrzehnten läuft, aber irgendwie nicht so richtig vom Fleck kommt, gerade im Automobilbereich. Also es gibt schon auch so eine gewisse Skepsis, ob das denn tatsächlich weiterfällt. Philipp, und dann gibt es natürlich aus der Politik auch, sagen wir mal, Mixed Signals. Also es gibt auf der einen Seite jetzt zwar eine leidlich ambitionierte Förderung von Wasserstoff als Energieträger, aber es gibt natürlich gerade im Bereich Strom auch genau die Signale in die Gegendrichtung. Ja, es gibt halt, wie gesagt, durch diesen etwas zögerlichen Ausbau, es gibt auch… Der erneuerbaren Energien. Der erneuerbaren Energien, ja genau. Es gibt halt so ein bisschen Kritik an dieser Idee, den Strom, den man benutzt, um grünen Wasserstoff herzustellen, den von dieser EEG-Umlage, mit der wir ja die Energiewende subventionieren, zu befreien. Also das Argument ist, wenn man damit grünen Wasserstoff herstellt, dann muss der irgendwie der Strom günstig sein, weil der Wasserstoff sonst so teuer ist, weil die Produkte so teuer sind. Und deswegen nehmen wir diese 5, 6 Cent pro Kilowattstunde, die diese gemeinsame Umlage kostet, nehmen wir da runter. Da gibt es Streit darüber. Die einen sagen, wir müssen den Strom billiger machen, damit der Wasserstoff billiger wird, damit die Produkte billiger werden. Die anderen sagen, naja, aber ihr profitiert ja bei der Herstellung von grünem Wasserstoff enorm von der Energiewende. Und wegen euch bauen wir diese ganzen Windräder und Photovoltaikanlagen, also müsst ihr euch auch an der Finanzierung dieser Anlagen beteiligen. Also da ist die letzte Messe, glaube ich, noch nicht gesungen. Ja, ich glaube, mehr gibt es dazu jetzt erstmal nicht zu sagen. Ich finde auch, diese Importabhängigkeit wird kritisiert, dass jetzt aus Afrika Strom importiert werden muss. Ich würde sagen, das ist doch eine Chance. Es ist doch eine Chance, also zu sagen, in Afrika da mit der ganzen Sonne nachhaltig produzierte Energieanlagen hinzustellen. Wenn das wirklich klappt in dem Maßstab und man das hier rüberkriegt und da die Leute zu fernen Bedingungen beschäftigt werden und da der Gewinn in den Ländern auch verteilt wird und nicht wie so ein Ölfluch daherkommt, wo dann Öl gefunden wird und alle sind froh, aber da profitieren dann irgendwie tausend Leute in dem Land davon und der Rest verhungert. Oder nur Schell profitiert. Oder nur Schell profitiert. Also wenn man das schafft, diesen Gewinne, die da eingefahren werden über die Produktion nachhaltig hergestellter Energie, wenn man dafür sorgt, dass die gleichmäßig im Land verteilt werden, dass es da Fonds gibt, auf die alle Zugriff haben und die für bestimmte Zwecke verwendet werden müssen und so, dann finde ich, ist das eine große Chance. Ja, dann könnte man also hier die Wende hin zu ökologischer Wasserstoffnutzung verbinden noch mit einer entwicklungspolitisch sinnvollen Maßnahme. Mit anderen Worten, es bleibt spannend, aber wir wollten einfach mal so ein bisschen Hintergrund liefern zum Stichwort Wasserstoff. Es ist halt eine Strategie, das muss man dazu sagen. Das sind tausend Prüfaufträge. Wir wollen prüfen dies, wir wollen prüfen das und geplant ist das. Das ist weit davon entfernt, jetzt ein Gesetz zu werden. Es ist weit davon entfernt, dass Wasserstoff jetzt die Kohle und das Gas in die Industrie ersetzt. Aber ich finde es wichtig, jetzt diesen Weg einzuschlagen und da Milliarden in die Hand zu nehmen und dass das alles so teuer ist. Ja, das ist immer so am Anfang. Das war auch bei Photovoltaik und Wind so. Und ich finde es nachvollziehbar, dass die Politik da jetzt Milliarden in die Hand nimmt, um einen Markt zu schaffen und die Preise runterzubringen. Du, das war auch mal bei Erdöl und Gas so. Die Raffinerien mussten auch erst mal gebaut werden, die waren auch nicht umsonst. Das sind halt einfach Anlaufkosten. Wir kommen zu unserem abschließenden Thema, zu unserem letzten Thema, Philipp. Es ist eine neue Diskussion entflammt über das Thema Kindesmissbrauch und die strafrechtlichen Reaktionen darauf. Und Anlass war ein konkreter Fall, ich glaube aus Nordrhein-Westfalen. So sieht es aus. Wir hatten natürlich viele von diesen grauenhaften, grausamen Missbrauchsfällen in der letzten Zeit. Jetzt ist in Münster wieder ein Fall aktenkundig geworden. In dem Zusammenhang sind elf Tatverdächtige festgenommen worden. Gegen sieben Beschuldigte wurde untersuchungshaft angeordnet. Sechs davon sind Männer. Eine ist eine Frau. Es gibt einen Hauptbeschuldigten, der ist 27 Jahre und die Ermittler kommen im Kern auf die Vorwürfe, dass 15 Missbrauchstaten aktenkundig geworden sind zwischen November 2018 und Mai 2020. Die Opfer sind drei Kinder, fünf Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre. Die sollen halt vergewaltigt worden sein über Stunden in so einer Gartenlaube. Und das wurde gefilmt und fotografiert. Und das Zeug wurde dann im Darknet verbreitet. Und ja, die Vergewaltigung fanden wohl in der Gartenlaube der Mutter des Hauptverantwortlichen statt. Der hatte klimatisierten Zorberraum in seinem Münsteraner Keller, Datenträger, waren verschlüsselt. Also alles hochprofessionell. Hochprofessionell, konnten zum Teil nicht entschlüsselt werden. Genau, und das muss man ganz kurz nochmal sagen. Also in der Überschrift haben wir ja von Kindesmissbrauch gesprochen. Es gibt immer wieder Fälle von Kindesmissbrauch, weil einfach bestimmte Täter pädophil handeln. Das heißt, das sind ja typischerweise nach aller kriminalistischen Erfahrung Menschen aus dem Nahbereich. Ja, ganz gefährlich der neue Partner der Mutter zum Beispiel, der pädophile Neigung hat. Die suchen sich dann häufig auch alleinerziehende Mütter mit Kindern und wanzen sich da so ran an die Kinder. Das ist quasi der klassische Fall von Kindesmissbrauch. Hier liegt der Fall aber noch schlimmer, weil es nicht nur um einen pädophilen Mann ging, der sich an Kinder rangemacht hat und Kinder missbraucht hat. Sondern es ging um ein ganzes Netzwerk von Täterinnen und Tätern, die diese Misshandlungen durchgeführt haben, um daraus Bildmaterial herzustellen. Also sogenannte Kinderpornos herzustellen. Ja, also Kinderpornos finde ich einen schwierigen Begriff. Ich würde sagen, dokumentierter Kindesmissbrauch. Deswegen sage ich ja, sogenannte. Genau, also dokumentierter Kindesmissbrauch, weil das mit Pornografie erstmal so überhaupt gar nichts zu tun hat. Der Leiter der nordrhein-westfälischen Stabstelle gegen Kindesmissbrauch, Ingo Wünsch, der sagte, verglichen mit diesen Missbrauchsfällen aus der vergangenen Zeit, also Lüttke und Bergisch-Gladbach, markiere der Fall in Münster eine neue Stufe krimineller Energie. Er sagt, die technischen Fähigkeiten des Haupttäters seien bemerkenswert. Die praktische Datenverschlüsselung, die praktizierte, sei auf sehr hohem Niveau gewesen. Technisch sehr hohem Niveau und, Zitat, Planung und Professionalität des Ablaufs hätten eine, Zitat, deutlich neue Qualität. Also das, was man landläufig so schön als kriminelle Energie bezeichnet. Das ist also jetzt kein Gelegenheitstäter, wo mal irgendwie schnell mal ein paar Bildchen gemacht wurden, sondern das ist einfach ein kriminales Netzwerk, jedenfalls nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Und die sind wohl auch durch die Ermittlungen in diesen anderen Fällen, Lüttke und Bergisch-Gladbach, auf diesen Täter, auf diese Tätergruppe gekommen, weil man natürlich dann anfängt zu graben und dann guckt man und wer hat denn da was geteilt und dann sind sie halt auch da drauf gekommen, ohne dass es jetzt gelesen hätte, dass da richtig personelle Verbindungen direkt bestehen. Jetzt ist es so, natürlich, was heißt natürlich, aber absehbarerweise, nicht besonders überraschenderweise, gibt es jetzt eine politische Diskussion angestoßen, vorangetrieben auch vom Präsidium der CDU, das da nämlich fordert, eine Strafverschärfung bei Kindesmissbrauch, so wie dem Besitz und der Verbreitung vom dokumentierten Kindesmissbrauch. Künftig sollen Taten aus diesem Bereich nicht mehr auch als Vergehen eingestuft werden können, sondern immer als Verbrechen behandelt werden, was eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr nach sich ziehen würde. Ja, genau. Und Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD hält dagegen, ein pauschaler Ruf, wie sie sagt, ein pauschaler Ruf nach Strafrechtsverschärfung führe nicht weiter. Wichtiger sei ihr Ermittler mehr Möglichkeiten und Ermittlerinnen mehr Möglichkeiten zu geben und diese gut auszustatten. Ja, und das ist natürlich jetzt so ein Fall, der rechtspolitisch wieder die alten Fronten im Grunde aufreißt oder die alten Fronten deutlich macht. Aus einer kriminologischen Perspektive muss man deutlich sagen, alle Forschung weist darauf hin, dass die Strafe, die droht, nur einen ganz geringen Effekt darauf hat, ob Menschen Straftaten begehen oder nicht. Sondern das Entscheidende für die sogenannte generalpräventive Wirkung, also ob eine Strafandrohung dazu führt, dass Menschen Straftaten nicht mehr begehen, ist die Frage, wie hoch die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist. Also die Strafe muss, wie das so schön heißt, auf dem Fuße folgen und die Leute müssen davon ausgehen, dass sie auch tatsächlich erwischt werden. Das heißt, Verfolgungsdruck ist wichtig und schnelle Strafverfolgung, während die Höhe der Strafe nun vergleichsweise geringen Einfluss hat. Insofern kann man sich schon sehr die Frage stellen, ob das nicht, was die Union da macht, an dieser Stelle wieder mal klassische Symbolpolitik ist. Man schraubt so ein bisschen am Strafgesetzbuch. Das kostet wenig, zumal ja die Strafverfolgung die Länder betreiben müssen, während das Strafgesetzbuch ein Bundesgesetz ist. Da kann also die Bundes-CDU, ohne dass es hinterher irgendwas kostet, mal schnell was im Strafgesetzbuch schrauben. Und ob das irgendwas bringt, weiß der Himmel. Und es ist ja heute noch nicht so, dass das irgendwie straffrei wäre. Also du kannst ja in schweren Fällen von Kindesmissbrauch 15 Jahre Freiheitsstrafe verhängen. Und anschließend können Gerichte auch eine Sicherheitsverwahrung verhängen. Also es ist ja nicht so, dass da keine Strafe droht. Also es ist heute schon so, dass der einfache sexuelle Missbrauch von Kindern ohne irgendwelche erschwerenden Umstände schon mit Freiheitsstrafe von sechs Jahren bis zu zehn Jahren bestraft wird. Und schwerer sexueller Missbrauch von Kindern ist schon heute ein Verbrechen. Nämlich dann, wenn der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre wegen einer solchen Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist. Denn dann gibt es heute schon eine Freiheitsstrafe, nicht unter einem Jahr. Und was sind dann die Sachen, auf die sich die CDU da beziehen könnte? Das frage ich mich auch ehrlich gesagt. Wahrscheinlich geht es da um Fälle, wo es tatsächlich nicht nur um den, wahrscheinlich geht es denen nicht so sehr um den Missbrauch als solchen. Sondern um die sogenannten kinderpornografischen Schriften. Was ja tatsächlich auch die Formulierung des Gesetzes ist. Also wo dann Leute eine Datei haben oder sowas. Das war das, was Paul Simiak, der Generalsekretär der CDU im Interview im DLF sagte. Es macht halt heute einen Unterschied, ob du tausende von Filmen im Internet verkaufst oder ob bei dir ein Film auf dem Rechner gefunden wird. Ja, also heute ist es eben so, dass mit Freiheitsstrafe von drei Jahren bis zu fünf Jahren bestraft wird, wer eine kinderpornografische Schrift zum Beispiel verbreitet. Und das scheint Paul Simiak nicht ausreichend zu sein. Wobei man sagen muss, wenn natürlich da erschwerende Umstände hinzukommen. Also zum Beispiel gewerbsmäßiges Handeln, was ja schon der Fall ist, wenn du da aus irgendwelche Einkünfte erzielst. Oder als Mitglied einer Bande oder so, dann gibt es ja auch heute schon Strafschärfung. Also Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer erschwerender Umstände, die da so in Betracht kommen können. Okay, also gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt sagen, okay, Strafmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Die Aussicht auf eine längere Strafe ist per se nicht verbrechensverhindernd, sondern der Druck muss erhöht werden. Und Simiak fordert Vorratsdahnspeicherung. Also sozusagen in dieser Argumentation, ja, wir müssen den Verfolgungsdruck erhöhen. Wir müssen Strafen auf dem Fuß folgen lassen. Wir müssen das Risiko erwischt zu werden, nach oben schrauben, um diese Verbrechen zu verhindern. Wenn denn eine alleinige Erhöhung der Freiheitsstrafe nicht der Weg ist. Und dann sagt er, ja, okay, wunderbar, wir müssen die Vorratsdahnspeicherung einführen. Also protokollieren, wer wann im Netz war, wer wann mit wem kommuniziert hat über verschiedenste digitale Wege. Ja, und man wundert sich da immer wieder so ein bisschen. Denn es geht ja insbesondere um die Frage, wer zu welchem Zeitpunkt eine bestimmte IP-Adresse zugewiesen bekommen hat. Also das ist so, wenn man das Internet nutzt, dann wählt man sich ja irgendwo ein. Ja, heutzutage hat man typischerweise einen mehr oder weniger dauerhaften Internetzugang. Aber das ändert nichts daran, dass sich da zum Beispiel der Router, den man so im Flur stehen hat, zum Beispiel über DSL einwählt. Dann bekommt der Router vom Provider eine IP-Adresse zugewiesen. Und mit Hilfe dieser IP-Adresse kann man dann eben, keine Ahnung, meistens 24 Stunden im Netz surfen. Dann kriegt man eine neue Adresse. Die Frage ist immer, ob wenn man jetzt irgendwo im Internet bei Ermittlungen eine solche IP-Adresse feststellt, ob man dann tatsächlich beim Provider anfragen kann und die Auskunft bekommt, wer stand hinter dieser IP-Adresse. Zu dieser Zeit? Zu dieser bestimmten Zeit. Genau, und da ist es auch heute schon so, dass die Provider diese IP-Adressen typischerweise jedenfalls für einen bestimmten Zeitraum in Anführungsstrichen freiwillig vorhalten. Also die Vorratsdatenspeicherung, die sie dazu mal eine Weile verpflichtet hat, das zu tun, ist zurzeit ausgesetzt tatsächlich durch eine Gerichtsentscheidung. Weil das Gericht der Erzeugung ist, dass es mit europäischem Recht unvereinbar ist. Der Europäische Gerichtshof hat da vor allen Dingen Jahren eine Grundsatzentscheidung getroffen, dass die Vorratsdatenspeicherung eben nicht kompatibel ist mit europäischem Recht. Da geht es also nicht mal so sehr ums Grundgesetz, sondern da geht es um europäisches Recht. Und daraufhin hat eben das Oberverwaltungsgericht Münster tatsächlich die Vorratsdatenspeicherung für Deutschland de facto ausgesetzt. Aber das ändert nichts daran, dass die allermeisten Provider diese Zuordnung zwischen IP-Adresse und der Person, der der Anschluss gehört, der DSL-Anschluss zum Beispiel, trotzdem freiwillig speichern, wie sie sagen, zu Wartungszwecken oder um Störungen beheben zu können. Das heißt also, wenn man diese IP-Adresse schnell findet, also zum Zeitpunkt, wo sie genutzt wird und dann innerhalb von wenigen Tagen die Abfrage macht beim Provider, wer steht denn dahinter, dann bekommen Polizeibehörden auch heute schon eine Auskunft, ganz unabhängig davon, dass wir eben gerade keine Vorratsdatenspeicherung haben. Und der andere Punkt ist ja, ich meine, dafür ist dieser Hauptverdächtiger hier ein ganz gutes Beispiel. Wenn du das richtig professionell aufziehst mit Verschlüsselung und Darknet, also Tor, also eine Technik benutzt, die es extrem schwer macht, rauszukrimmen, wahrscheinlich für Ermittler völlig unmöglich macht, rauszufinden, wer wann hinter dieser Nummer stand und wer welche Dateien getauscht hat, dann würde dir auch so eine Vorratsdatenspeicherung wahrscheinlich nichts helfen. Also in der Regel nicht der, also sagen wir mal so, das Tor-Netzwerk und das Darknet, das ist ja dasselbe, Tor ist quasi die technische Basis für das sogenannte Darknet, die haben insbesondere auch die Eigenschaft, dass sie dazu führen, dass man sogar durch den Zugriff auf den Server nicht mehr rausbekommen kann, von welcher IP-Adresse denn die Zugriffe erfolgen. Das heißt, solange da nicht jemand einen technischen Fehler macht und irgendwelche Zugriffe an Tor vorbeilaufen, am Darknet vorbeilaufen, weiß man gar nicht mehr, von welchen IP-Adressen aus die Leute handeln. Ja, das heißt also, die IP-Adressen sind, das hat Ziemiak offensichtlich auch nicht gewusst, letztlich für die Ermittlungen in aller Regel irrelevant, weil man sie eh nicht mehr hat. Und die Ermittler, wenn ich das... In aller Regel, es gibt natürlich Ausnahmen. Ausnahmen, aber... Und man versucht, also einer der vielen Ermittlungsansätze ist schon, dass man versucht, irgendwelche Leaks zu produzieren, dass die Leute halt an Tor vorbei ins Netz gehen. Aber wenn die Täter und Täterinnen professionell handeln, passiert das nicht. Dann hast du keine IP-Adresse und dann ist im Grunde auch wurscht, ob du eine Vorarztansprechung hast. Genau, und die Ermittlungen funktionieren unter anderem, glaube ich, auch so, dass die Ermittler, Ermittlerinnen sich da eben einschleusen und sich als interessierte Kunden oder Anbieter, weiß ich nicht, aber vor allen Dingen Kunden ausgeben, um mit Kriminellen ins Geschäft zu kommen und so ihnen auf die Schlicht. Gut, aber dann ist natürlich schon immer einer der Ermittlungsansätze, dass man versucht, irgendein Medium zu verwenden, wo dann doch mal eine IP-Adresse rausfällt. Aber da muss man sagen, wenn man dann auf Draht ist und eine IP-Adresse hat, dann kann man ja heute schon so eine Abfrage machen. Das heißt, auch heute schon bekommt man dann, wenn man das zeitnah macht, eine Auskunft. Man bekommt nur dann keine Auskunft mehr. Das sind aber relativ wenige drastische Fälle, wo zum Beispiel eine ausländische Behörde Ermittlungen geführt hat. Also da gibt es schon Fälle, wo dann keine Ahnung vom FBI, nachdem das FBI jahrelang ermittelt hat, mal irgendwann so eine Liste mit IP-Adressen kommt, wo dann irgendwie drinsteht, vor drei Jahren hat mal der unter dieser IP-Adresse ein verbotenes Bild getauscht. Da kommst du natürlich nicht mehr weiter, aber eine dreijährige Vorratsdatenspeicherung hat es in Deutschland noch nie gegeben. Das heißt also, da muss man fairerweise sagen, der wirkliche Bereich, wo die heute nicht geltende Vorratsdatenspeicherung zu Ermittlungsproblemen führt, der wirkliche Bereich ist extrem schmal. Und natürlich fordern Strafermittler, insbesondere aus den Polizeibehörden, routinemäßig Vorratsdatenspeicherung. Das gehört irgendwie so zum guten Ton. Das macht man halt, so wie Kato immer gefordert hat. Außerdem müsste Katargo zerstört werden. Das ist irgendwie so, das lässt man halt in jede Diskussion mal so einfließen. Vielleicht kommt es ja mal irgendwann. Aber das offene Geheimnis ist in Ermittlerkreisen, dass man im Bereich Kinderpornografie, wie das ja im Gesetz immer noch heißt, eigentlich nicht mehr auf die IP-Adressen angewiesen ist, weil die sowieso nichts bringen. Also man bekommt sie sowieso innerhalb so etwa der ersten Woche. Das ist natürlich wichtig. Das machen die Provider halt einfach so, sagen wir mal so. Und es gibt tatsächlich auch eine Rechtsgrundlage im Telekommunikationsgesetz, zur Störungsbehebung Daten zu speichern. Und da gilt so eine Woche als eine Frist, die angewiesen ist. So eine Kulanzfrist, ne? Genau. Also das ist, gut, also das muss man sehen. Vorratsdatenspeicherung würde im Grunde nur die Lücke schließen nach einer Woche. Bis zu sechs Monaten war die Frist in der letzten deutschen Umsetzung. Das heißt also, in diesem Bereich könnte eine Vorratsdatenspeicherung was bringen. Aber da sagen einem die allermeisten Kriminalisten, das ist sowieso extrem selten im Bereich Kinderpornografie. Entweder sind die Daten super alt oder wir sind quasi live dran am Verdächtigen. Und dann kriegen wir sie auch anders. Und dann kriegen wir sie auch so. Zum Schluss der Sendung noch unser Blick auf die Lage in Sachen Corona. Die Zahlen erfreulicherweise, überraschenderweise sind weiter unten. 300, 500 Neuinfektionen in Deutschland pro Tag. Die Länder öffnen weiter. Es gibt immer weniger Reisebeschränkungen. In Europa scheint die Lage sehr gut unter Kontrolle zu sein. In Deutschland allemal. In Brasilien, Nordamerika sieht das völlig anders aus. Wir haben weltweit zuletzt jetzt am Sonntag 136.000 Neuinfektionen am Tag. Das ist ein Rekord. Das hat vor allen Dingen mit Nord- und vor allen Dingen mit Südamerika und Asien zu tun. Also da sieht die Lage ganz anders aus. Und da muss man wirklich mal abwarten, wie das ist. Aber ich muss an dieser Stelle wirklich zumindest Stand heute den Hut ziehen vor Politikern und Politikerinnen in den Ländern vor allen Dingen, die vor mehreren Wochen gesagt haben, wir machen auf. Wir beheben die Beschränkungen weitgehend auf. Wir öffnen die Gesellschaft wieder. Und wir in der Lage waren damals sehr skeptisch und hätten anders entschieden. Und dachten, das Ding muss in die Hose gehen. Das sind mehr oder weniger auch populistisch motivierte Moves. Und da würde ich sagen, da lagen wir falsch. Da lagen wir falsch. Also ich will wirklich, also ich habe mich wirklich, ich muss sagen, also da hätte ich ungern in der Haut dieser Politiker, dieser Landespolitiker und Politikerinnen gesteckt, um diese Entscheidungen treffen zu müssen. Und sie haben entschieden, wie sie entschieden haben. Und Stand heute haben sie richtig entschieden. Wir hoffen sehr, dass es dabei bleibt. Also vieles spricht ja inzwischen dafür, dass es tatsächlich auf die Effekte des Sommers zurückzuführen ist. Man sitzt eben nicht in der Kneipe zusammen, sondern man sitzt hoffentlich auf der Terrasse oder man sitzt im Park zusammen. Und da gibt es dann eben deutlich weniger oder gar nicht diesen Aerosoleffekt. Und das scheint dazu zu führen, dass tatsächlich doch deutlich weniger Infektionen zustande kommen. Genau. Lars Fischer, ein sehr guter Wissenschaftsjournalist, hat bei spektrum.de das nochmal auseinandergenommen, woran das denn liegen könnte, dass das in Deutschland so stark oder so gut ist. Seine These ist, dass Corona in Deutschland, wie zum Beispiel auch in Neuseeland, einfach aussterben könnte. Das hat zum einen mit dieser Ungleichheit der Infektionen zu tun. Da haben wir letzte Woche ausführlich darüber geredet, dass eben viele niemanden anstecken und ganz wenige ganz viele anstecken. Und er sagt, die Wahrscheinlichkeitsrechnung führt dann dazu, dass das eben aussterben könnte. Zitat, wenn zum Beispiel 70 Prozent der Infizierten niemanden anstecken, ist die Chance, überhaupt jemanden anzustecken, auch in der nächsten Generation nur bei 30 Prozent. Das heißt, auch bei jenen, die eine oder zwei weitere Personen anstecken, ist die Chance groß, dass diese weiteren Infizierten ihrerseits Sackgassen für das Virus sind. Das gilt allerdings nur, wenn es keine Superspreader-Events gibt. Und diese Superspreader-Events, sagt er, hängen wahrscheinlich weniger mit den Menschen zusammen. Also es sind wahrscheinlich weniger die spezifische Konstitution einzelner Infizierter, die dazu führen, dass sie viele anstecken, sondern es sind wahrscheinlich das Setting, der Ort, innen drin, viele aufeinander, keine Maske und so weiter. Und dann wird noch gesungen. Und dann wird noch gesungen. Die Vorprobe als Horror-Ereignis. Das scheinen die Faktoren zu sein, die dazu führen. Und insofern, ja, schauen wir mal, wie das aussieht. Drücken wir die Daumen, aber das hindert natürlich nichts daran, dass die Hygienetipps weiterhin gelten. Hände waschen, Maske tragen, Abstand halten, das ist nach wie vor eine gute Idee. Und wenn es irgendwie geht, draußen sitzen, im Park oder auf der Terrasse ist man relativ safe. Und deswegen könnte es zum Beispiel auch sein, dass die Demos in Berlin unterm Strich eben keine negativen Folgen haben. So hoffen wir das. Genau. Es gab noch zwei Studien in Nature, auf die wir hier verweisen, die ich auch verlinkt habe. Die haben untersucht, was haben denn jetzt eigentlich diese Kontaktbeschränkungen, Grenzen schließen, Schulschließungen, diese ganzen Maßnahmen kumulativ sozusagen insgesamt genommen bewirkt. Die Zahlen, auf die sie da kommen, sind ziemlich monströs. Also die haben gesagt, 3,1 Millionen Todesfälle in Europa wurden dadurch verhindert. Diese Zahlen sind mit, finde ich, extremer Vorsicht zu genießen. Sie haben sich die Todesfälle genommen in Europa, die gezählt wurden und haben basierend auf der normalen R-Zahl, die diesem Virus zugeschrieben wird, irgendwas so um die drei, zurückgerechnet, wie viel wären denn gestorben, wenn keine Maßnahmen vorgenommen worden wären, um diese Zahl eher herunterzubringen. Ich würde mal feststellen, es sind offensichtlich sehr, sehr viele Todesfälle verhindert wurden. Was ich mir gewünscht hätte, was ich eigentlich wirklich interessant finde, ist, welche Maßnahmen im Einzelnen jetzt was gebracht haben. Also was haben denn diese Grenzschließungen gebracht? Was haben denn die Schulschließungen gebracht? Was haben denn die Kontaktbeschränkungen im Einzelnen gebracht? Und ich glaube, so weit ist die Wissenschaft noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob sie jemals so weit kommen wird, um das belastbar zu berechnen. Denn das ist ja das wirklich Interessante, weil am Anfang haben wir alles dichtgemacht, weil wir nichts wussten. Und jetzt wäre es natürlich interessant zu erfahren, ja, welche Maßnahmen haben denn davon jetzt genau was gebracht? Aber das bringt auch diese Studie nicht. In diesem Sinne würde ich sagen, Philipp, die Lage der Nation ist abschließend und umfassend erörtert. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns eingeschaltet habt. Und wenn euch die Lage gefallen hat, dann sagt es weiter. Wenn wir mit Menschen sprechen, die die Lage hören, dann ist der allerhäufigste Weg, wie sie von uns gehört haben, eine Empfehlung von einer Freundin oder von einem Freund. Und insofern, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, sagt weiter, dass ihr die Lage hört und dass sie euch gefällt. Das ist vielleicht das beste Dankeschön für uns. Und in diesem Sinne ein schönes Wochenende und bis ganz bald. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute. Tschüss. Tschüss.